Das Dschungelbuch Mowglis Brüder Nachtgesang im Dschungel Nun bringt der Weih die dunkle Nacht Und Mang die Fledermaus erwacht Der Stall birgt alles Herdentier Denn bis zum Morgen herrschen wir Die Stunde stolzer Kraft hebt an Für Prankenhieb und scharfen Zahn Jagd heil und kühn gehetzt, gerafft Das Dschungelrecht ist jetzt in Kraft Gegen sieben Uhr an einem recht schwülen Sommerabend In den Sionibergen erwachte Vater Wolf Gähnte, reckte sich und streckte die Läufe Einen nach dem anderen, um das Schlafgefühl In den Pfoten loszuwerden Neben ihm lag Mutter Wolf Die lange graue Nase quer über den vier winselnden Und quengelnden Jungen Und von draußen her schien der Mond In die Höhle, in der sie alle hausten Kahl war es, Tabaki, der Schüssellecker Die Wölfe in Indien verachten ihn Weil er unheilstiftend umherschweift Und böse Geschichten erzählt Ja, er verschlingt sogar alte Lumpen und Lederstücke Von den Abfallhaufen der Dörfer Aber sie fürchten ihn auch Denn Tabaki wird leicht von Tollwut befallen Viel leichter als irgendein anderes Tier im Dschungel Dann vergisst er, dass er je Angst gehabt hat Rennt blindwütend durch die Wälder Und beißt alles, was ihm in den Weg kommt Dann flüchtet selbst der Tiger vor dem kleinen Tabaki Und versteckt sich im Dickicht Denn von der Tollwut befallen zu werden Ist die größte Schande für die Tiere der Wildnis Tritt ein und schau Sagte Vater Wolf Fraß findest du hier nicht Für einen Wolf ist das wohl kaum ein Fraß Antwortete Tabaki Aber für so ein niedriges Geschöpf wie mich Ist ein trockener Knochen ein Festschmaus Wer sind wir denn, wir armes Schakalvolk Dass wir wählerisch sein könnten Er trat tiefer in die Höhle hinein Und fand dort den Knochen eines gerissenen Box Mit noch etwas Fleisch dran Bald saß er und knackte vergnügt an dem Knochen Tiefen Dank für das prächtige Mal Sagte er, sich die Lippen leckend Ah, wie schön sind die edlen Kinder Wie groß und klar sind die Augen Und so jung sind sie noch, die lieben Kleinen Freilich, freilich, es ist ja allbekannt Dass Kinder von Königen Schon Männer sind von Geburt an Noch eine ganze Weile saß Tabaki Dann sagte er boshaft Schirkan, der Gewaltige Hat seine Jagdgründe verlegt Hier in diesen Hügeln Wird er jagen im nächsten Mond So sagte er mir selbst Schirkan war der Tiger Der an den Ufern des Waigunga-Flusses lebte Ungefähr dreißig Kilometer entfernt Dazu hat er kein Recht Brauste Vater Wolf auf Nach dem Gesetz des Dschungels Darf er seine Jagdgründe nicht wechseln Ohne vorherige Ankündigung Alles wild wird er uns vergrämen Auf fünfzehn Kilometer im Umkreis Und ich, ich muss jetzt jagen für zwei Seine Mutter nannte Schirkan nicht ohne Grund Langri, den Lamen Warf Mutter Wolf ein Lahm auf einem Fuß ist er von Geburt an Darum reißt er auch nur Rindvieh Nun sind die Dörfler am Waigunga zornig über ihn Und jetzt kommt er hierher Und wird unsere Dörfler aufbringen Um seinetwillen werden sie den Dschungel ausräuchern Wenn er schon wieder weit fort ist Wir aber und unsere Jungen müssen dann flüchten Wenn das Gras in Brand gesteckt wird Wahrlich sehr dankbar sind wir ihm Dem großen Schirkan Soll ich ihm vielleicht euren Dank überbringen? Fragte Tabakki Schleich dich! Jabte Vater Wolf Geh zu deinem Herrn und Meister Unheil genug hast du gestiftet in einer Nacht Ich gehe! Sagte Tabakki gelassen Da könnt ihr ihn schon hören Den Schirkan drunten im Dickicht Die Botschaft konnte ich mir sparen Lauschend spitzte Vater Wolf die Ohren Dann vernahm er unten im Tal Das sich zu einem kleinen Bach hinabsenkt Das ärgerliche, schnarrende, näselnde Gewinsel eines Tigers Der nichts geschlagen hatte Und den es nicht kümmert Dass alles Dschungelvolk sein Missgeschick erfährt Dieser alte Narr Knurrte Vater Wolf Die Nachtarbeit mit solchem Lärm zu beginnen Glaubt er etwa, dass unsere Böcke ebenso dumm sind Wie seine fetten Ochsen am Waigunga-Fluss? Still! Sagte Mutter Wolf Still, Alter! Hörst du denn nicht? Weder Ochse noch Bock hetzt er heute Den Menschen jagt er Menschen! Wiederholte Vater Wolf und fletschte seine weißen Zähne Puh! Gibt es denn nicht genug Gewürm und Frösche in den Sümpfen Dass er Menschen fressen muss Und noch dazu in unserem Gebiet? Das Gesetz des Dschungels Das nichts ohne guten Grund vorschreibt Verbietet den Tieren Menschen anzugreifen Mit einer einzigen Ausnahme Wenn ein Tier seinen Jungen das Jagen beibringt Das aber darf nur abseits geschehen Niemals in den Jagdgründen des eigenen Rudels oder Stammes Der wahre Grund dafür ist Dass früher oder später, wenn ein Mensch angegriffen wird Die Bleichgesichter anrücken Mit Elefanten, mit Büchsen bewaffnet Begleitet von Hunderten von Dienern Mit Gongs, Raketen und Fackeln Dann haben alle im Dschungel zu leiden Die Tiere aber geben als Grund an Dass der Mensch das schwächlichste und wehrloseste aller Geschöpfe ist Daher sei es unsportlich, ihn anzugreifen Lauter wurde das Schnurren Und endete plötzlich in einem scharfen, tiefkehligen Beim Aufsprung des Tigers Dann ertönte Geheul Untigerisches Geheul und Gemauns Von Schirkan Er hat sein Ziel verfehlt Sagte Mutter Wolf Was war es? Vater Wolf trabte ein paar Schritte vor die Höhle Und vernahm das wütende Geheul Schirkans Der in den Büschen im Talgrund herumfegte So ein Dummkopf Brummte Vater Wolf In das Feuer eines Holzfällers ist er gesprungen Und hat sich dabei die Pfoten verbrannt Tabakie ist bei ihm Etwas kommt den Hügel herauf Flüsterte Mutter Wolf Und stellte einen Lauscher hoch Aufgepasst In dem Gebüsch raschelte es leise Und Vater Wolf duckte sich zum Sprunge bereit Dann aber Geschah etwas höchst Seltsames Der Wolf war gesprungen Bevor er noch das Ziel erkannt hatte Und versuchte nun plötzlich Mitten im Satz Kehr zu machen Die Folge war Dass er über einen Meter Kerzengerade in die Luft schoss Und fast auf derselben Stelle landete Von der er abgesprungen war Ein Mensch! Stieß er hervor Ein Menschen, Junges! Sieh nur! Gerade vor ihm An einen niedrigen Zweig geklammert Stand ein nackter, brauner Junge Der eben erst laufen gelernt hatte Ein ganz zartes, kleines, krauslockiges Wesen Dass er in der Nacht zu einer Wolfshöhle gekommen war Es sah dem Wolf ins Gesicht und Lachte Was? Fragte Mutter Wolf Ist das ein Menschen, Junges? Ich habe noch nie eins gesehen Bring es her! Wölfe, die ihre eigenen Jungen Über Stock und Stein tragen können Wenn nötig Ein Ei zwischen die Zähne nehmen Ohne es zu zerbrechen Obgleich sich Vater Wolfs Rachen Über dem Kindes schloss So hatten seine Spitzenzähne doch nicht einmal Die weiche Haut des strampelnden Kleinen geritzt Als er ihn zu seinen eigenen Jungen legte Wie winzig! Wie nackt und wie tapfer! Sagte Mutter Wolf sanft Der Kleine drängte die Wolfsjungen beiseite Um dicht an das warme Fell der Mutter zu gelangen Aha! Er sucht seine Nahrung ganz wie die anderen Das also ist ein Menschen, Junges? Sag, hat sich je eine Wölfin rühmen können Ein Menschen, Junges unter ihren Kindern zu haben? Hier und dort hörte ich davon doch Niemals in unserem Rudel oder zu meiner Zeit Antwortete Vater Wolf Wahrhaftig Ganz ohne Haar ist der Körper Mit einem Prankenschlag könnte ich es zerquetschen Aber sieh doch Wie es aufschaut zu uns Und nicht ein bisschen Angst hat es Da plötzlich wurde es dunkel in der Höhle Dem Mondlicht wurde der Eintritt versperrt Denn Shirkans mächtiger, eckiger Kopf Und breite Schultern schoben sich in den Eingang Tabakir rief hinter ihm her mit schriller Stimme Hier, mein Gebieter, hier ist es hineingegangen Shirkans erweist uns große Ehre Sagte Vater Wolf Doch Zorn lag in seinen Augen Was wünscht Shirkans? Meine Beute Ein Menschen, Junges, ist hier hereingeflüchtet Seine Eltern sind davon gelaufen Gib es heraus, es gehört mir! Wie Vater Wolf gesagt hatte War Shirkans in das Feuer eines Holzfällers gesprungen Und der Schmerz in den verbrannten Pfoten Machte ihn rasend Aber Vater Wolf wusste, dass die Öffnung der Höhle zu klein war Um dem Tiger Eingang zu gestatten Schon in seiner jetzigen Stellung waren Shirkans Schultern und Vordertatzen eingezwängt Und er glich einer wütenden Katze Die vergebens versucht in ein Mauseloch zu dringen Wir Wölfe sind ein freies Volk Sagte der Wolf Unsere Befehle nehmen wir nur von dem Führer des Rudels Aber nicht von irgendeinem gestreiften Wildkater Das Menschenjunge gehört uns Und wir können mit ihm machen, was wir wollen Ganz nach unserem Belieben Belieben oder nicht belieben Was schwarzt du für dummes Zeug? Ich soll hier stehen und mir die Nase wundstoßen Am Eingang eurer Hundebehausung Um das zu verlangen, was mir gebührt Schirkan ist es, der mit dir spricht Des Tigers Gebrüll erfüllte die Höhle mit rollendem Donner Mutter Wolf schüttelte ihre Jungen von sich ab Sie sprang vor und ihre Augen starrten wie zwei grüne Mondsicheln in der Dunkelheit Auf die beiden glühenden Lichter im gewaltigen Kopf des Shirkans Und ich, Raschka, der Dämon bin's, der jetzt spricht und dir antwortet Das Menschenjunge gehört mir, du Lama Langri Und mein wird es bleiben Es soll nicht getötet werden, es soll leben Um mit dem Pack zu rennen und zu jagen Und zuletzt Sieh dich vor, du großer Jäger von kleinen, nackten Jungen Du alter Gierschlund, du Fischfänger Sieh dich vor, denn zuletzt, ganz zuletzt Soll es dich hetzen Unser kleines Menschenjunges, ja Und es soll dir das Fell über die Katzenohren ziehen Und jetzt sieh zu, dass du fortkommst Fort mit dir Ganz verblüfft blickte Vater Wolf sie an Fast vergessen hatte er die Zeit Da er Mutter Wolf für sich gewonnen hatte Im offenen, ehrlichen Kampf gegen fünf andere Wölfe Shirkhan hätte es wohl mit Vater Wolf aufgenommen Aber gegen Mutter Wolf anzugehen Das wagte er dann doch nicht Denn er wusste, dass sie alle Vorteile der Lage für sich hatte Und es einen Kampf auf Leben und Tod geben würde So zog er sich knurrend aus dem engen Eingang zurück Und brüllte, als er frei war Im eigenen Hof kläfft jeder Hund Aber wir wollen doch erst einmal sehen Was das Rudel zu dieser Geschichte sagen wird Mir allein gehört das Menschenjunge Und zwischen meine Zähne wird es doch noch kommen zuletzt Ihr busschwänzigen Spitzbuben, ihr Mutter Wolf warf sich keuchend zwischen ihre Jungen nieder Und Vater Wolf sagte jetzt mit besorgter Miene Shirkhan hat nicht ganz Unrecht Das Menschenjunge muss dem Rudel gezeigt werden Willst du es wirklich behalten? Wirklich behalten? Fragte sie entrüstet Nackt und ganz allein kam es zu uns in der Nacht Und sehr hungrig und hatte doch nicht ein bisschen Furcht Sieh doch nur Jetzt hat es schon wieder eins meiner Kinder beiseite gedrückt Und dieser lahme Viehdieb Shirkhan hätte es beinahe verschlungen Und sich dann aus dem Staube gemacht Während die Dorfbewohner hier alle Schlupfwinkel durchsucht hätten Um Rache zu nehmen Ihn behalten? Natürlich will ich das Lieg still, kleiner Frosch Oh, mein Mowgli Denn Mowgli Frosch werde ich dich nennen Der Tag wird für dich kommen Diesen Shirkhan zu jagen Und zu hetzen Wie er dich heute gehetzt hat Aber was wird unser Rudel dazu sagen? Meinte Vater Wolf Das Gesetz des Dschungels stellt es jedem Wolf frei Sich von dem Rudel zu trennen Wenn er die Wölfin in sein Lager holt Sobald aber seine Jungen groß genug sind Um auf eigenen Läufen zu stehen Muss er sie zur Ratsversammlung bringen Die einmal im Monat zur Zeit des Vollmonds tagt Und dort werden sie von allen Wölfen des Rates In Augenschein genommen und anerkannt Nach dieser Musterung haben die Jungen das Recht Frei umherzustreifen Und bevor sie nicht ihren ersten Bock gerissen haben Darf sie unter keinen Umständen Ein erwachsener Wolf angreifen oder töten Das Gesetz des Dschungels ist streng Und wer gegen die Vorschrift verstößt Wird ohne Gnade bestraft Wenn man ein bisschen nachdenkt Muss man zugeben Dass es so sein muss Vater Wolf Wartete bis seine Kleinen laufen konnten Und dann nahm er sie zusammen Mit Mutter Wolf und Mogli Eines Nachts mit zum Ratsfelsen Eine Hügelkuppe Die mit Steinen und Geröll bedeckt war Und die wohl hundert Wölfen und mehr Ein sicheres Versteck bot Akela, der große graue Einsiedelwolf War dank seiner Stärke und Schleue Der Führer des Rudels Er lag lang ausgestreckt auf einem erhöhten Felsblock Und etwas tiefer unterhalb kauerten mehr als 40 Wölfe Von jeder Farbe und Gestalt Da waren dachsgraue Artgenossen Die es allein mit jedem Bock aufnahmen Bis hinunter zu den schwarzen Drei Jahre alten Wölfen Die zumindest meinten, sie könnten es auch Der große graue Einzelgänger Akela Hatte das Rudel nun schon ein Jahr lang geführt In seiner Jugend war er zweimal in Wolfsfallen geraten Und einmal hatte man ihn beinahe erschlagen Deshalb kannte er einige von den Sitten und Gebräuchen der Menschen In der Versammlung wurde wenig gesprochen Mitten im Kreise, den die Eltern bildeten Stolperten und purzelten die Kleinen umher Ab und zu kam ein Altwolf lautlos herbei Sah sich die Jungen genau an Beschnüffelte sie sorgfältig Und schritt dann wieder behäbig auf seinen Platz zurück Manchmal schob eine besorgte Mutter ihr kleines In das helle Mondlicht Um ganz sicher zu sein, dass man es nicht übersehen habe Von seinem Felsen rief Akela immer wieder Ihr kennt das Gesetz, ihr kennt das Gesetz wohl Schaut genau hin, ihr Wölfe Und zuletzt Mutter Wolfs Nackenhaare stellten sich hoch Zuletzt schob Vater Wolf Mowgli Den Frosch in den Kreis Da saß er lachend Und spielte mit kleinen Steinchen Die im Mondlicht glänzten Akela hob seinen Kopf nicht von den Pranken Sondern wiederholte den eintönigen Ruf Schaut genau hin Da kam ein dumpfes Gebrüll hinter dem Felsen hervor Es war Shirkans Stimme Das Junge gehört mir Gebt es mir Was hat das freie Volk mit einem Menschenjungen zu schaffen Akela rührte nicht einmal die Lauscher Er sagte nur Schaut genau hin, ihr Wölfe Was geht das freie Volk die Weisung eines Fremdlings an? Da erhob sich im Rat ein Grollen und Murren Ein junger Wolf im vierten Jahr griff Schirkans Frage auf Und warf sie Akela zu Was hat das freie Volk mit einem Menschenjungen zu schaffen? Das Gesetz des Dschungels bestimmt Dass im Falle einer Meinungsverschiedenheit Ob ein Junges im Rudel aufgenommen werden soll oder nicht Mindestens zwei Mitglieder des Rates zugunsten des Kleinen sprechen müssen Doch haben die beiden Eltern keine Stimme Wer spricht für das Junge? Fragte Akela Wer unter dem freien Volke spricht für ihn? Keiner meldete sich Und Mutter Wolf machte sich bereit zu ihrem letzten Kampf Denn sie wusste, dass es ihr letzter sein würde, wenn es zum Kampfe kam In diesem Augenblick stellte sich Balou auf die Hinterbeine und knurrte Balou, der schläfrige braune Bär, der die jungen Wölfe das Dschungelgesetz lehrte Balou war der einzige Fremdling im Rate der Wölfe Er konnte gehen und kommen, ganz wie er wollte Denn er lebte nur von Nüssen, Wurzeln und Honig Das Menschenjunge? Das Menschenjunge? Fragte er Ich spreche für das Menschenjunge Warum denn nicht? Was kann ein Menschenjunges dem Wolfsrudel schaden? Wie? Schöne Reden halten kann ich nicht Aber ich spreche die Wahrheit Nehmt ihn auf und lasst ihn mit dem Rudel laufen Ich selbst werde ihn unterrichten Noch einen Fürsprecher brauchen wir, sagte Akela Balous Wort gilt, er ist der Lehrer der Jungen Wer spricht noch außer Balou? Ein dunkler Schatten fiel in den Kreis Es war Bagheera, der schwarze Panther Tintenschwarz über und über Doch mit der Pantherzeichnung, die in der Seite des Felles zuweilen aufleuchtete Jeder kannte Bagheera und niemand kreuzte gern seinen Pfad Denn schlau war er wie Tabaki Stark wie der Büffel und tollkühn wie Hati, der Elefant, wenn er verwundet ist Aber seine Stimme war sanft, wie wilder Honig, der vom Baume tröpfelt Und sein Fell weicher als Pflaumfedern Ich habe kein Recht hier zu sprechen, so bitte ich um eure Erlaubnis Sprich nur, Bagheera, schrien zwanzig Stimmen Ein nacktes Junges einem Tiger auszuliefern ist Schmach und Schande Den Worten Balous füge ich nur einen Bullen hinzu Fett, sage ich euch und eben erst er liegt Keine halbe Meile liegt er von hier, wenn ihr bereit seid, das Menschenjunge aufzunehmen nach dem Gesetz Leuchtet euch das ein? Da tönte es bunt durcheinander Warum sollten wir nicht? Was kann es schaden? Was kann uns so ein nackter Frosch antun? Lass ihn mit dem Rudel laufen! Wo ist dein Bulle, Bagheera? Wir stimmen für den Antrag Und wieder erklang Akelas heißeres Bellen vom Felsen her Schaut genau hin, ihr Wölfe, schaut genau hin Mowgli spielte versonnen mit den Steinchen So bekam er gar nicht mit, dass die Wölfe einer nach dem anderen herankamen, um ihn zu beäugen Dann liefen sie alle den Hügel hinab, zu dem toten Bullen Und nur Akela, Bagheera, Balou und Mowglis eigene Wölfe blieben zurück Schirkans Gebrüll erfüllte die Nacht, denn er war sehr zornig, dass man ihm Mowgli nicht ausgeliefert hatte Heule nur, brummte Bagheera in sein Bad Heule nur, die Zeit wird kommen, dann wird das nackte Ding dir in einer anderen Tonart aufspielen Oder ich weiß nichts vom Menschen Da ist was dran, sagte Akela Menschen und ihre Jungen sind sehr klug Wer weiß, er kann uns später eine Hilfe werden Ja, Hilfe in der Not, denn keiner kann hoffen, das Rudel ewig zu führen, sagte Bagheera Akela antwortete nicht Er dachte an die Zeit, die für jeden Leiter eines Rudels kommt, wenn seine Stärke von ihm weicht Wenn er schwach und immer schwächer wird, bis ihn zuletzt die eigenen Wölfe verstoßen Und ein neuer Wolf das Rudel übernimmt So lange, bis auch er an die Reihe kommt, ausgestoßen zu werden Nimm das Menschenjunge fort mit dir, sagte Akela zu Vater Wolf Und erziehe es, wie es sich gehört, für einen vom freien Volk Und so geschah es, dass Mogli im Rudel der Sioni-Wölfe aufgenommen wurde Um den Preis eines fetten Bullen und auf Balus Fürsprache Zehn oder zwölf Jahre müsst ihr nun überspringen Und euch selbst das seltsame Leben ausmalen, das Mogli unter den Wölfen führte Denn alles im Einzelnen zu erzählen, würde Bände füllen Mit den Wolfsjungen wuchs er auf, aber diese waren natürlich schon groß und stark Als Mogli immer noch seine Milchzähne hatte Vater Wolf lehrte ihn alles, was ein Wolf wissen musste Und er weihte ihn in das Leben im Dschungel ein Bis jedes Rascheln im Grase, jeder Hauch der warmen Nachtluft Jeder Ruf der Eule über seinem Kopf Jeder Kratzer von den Krallen der Fledermäuse, wenn sie eine Weile im Baum gerastet hatten Und jeder klatschende Sprung des kleinsten Fisches im Teich Bis dies alles seine genaue Bedeutung für Mogli hatte Und wenn er nicht lernte, dann lag er in der Sonne Und schlief und aß und legte sich wieder schlafen War er durstig oder war ihm heiß, schwamm Mogli in den Weiern des Waldes Hatte er Lust auf Honig? Balou sagte ihm nämlich, dass Honig und Nüsse mindestens so gut schmeckten wie Fleisch Dann kletterte er in den Bäumen umher Und Bagheera zeigte ihm, wie er das tun musste Der schwarze Panther war ein verständiger Lehrer Er sprang zuerst selbst den Baum hinauf Als sei es gar kein Kunststück Streckte sich bequem auf einem Ast aus und rief Komm her zu mir, kleiner Bruder Anfänglich wollte Mogli sich anklammern wie ein Faultier Aber später schwang er sich durch die Baumkronen fast so kühn wie der graue Affe Hätte Mogli die Sprache der Menschen reden können So hätte er sich selbst einen Wolf genannt Er hatte bald auch seinen Platz bei dem Ratsfelsen in der Versammlung Und hier machte er eines Tages die seltsame Entdeckung Dass die Wölfe seinen Blick nicht aushalten konnten Starrte er einem von ihnen gerade ins Gesicht So senkte der Wolf die Augen Und so gewöhnte er sich daran, übermütig wie er war, sie einfach anzustarren Oft aber zog er mit seinen kleinen flinken Händen die Dornen aus den Ballen seiner Freunde Denn Wölfe leiden schrecklich unter Dornen und splittern in ihren Pfoten und in ihrem Fell Zuweilen schlich er sich des Nachts nahe an die Dörfer Und betrachtete neugierig die braunen Bewohner der Hütten Aber er misstraute den Menschen Denn Bagheera hatte ihm eine Kastenfalle gezeigt Die mit schweren Fangeisen so geschickt im Grase verborgen war Dass Mogli beinahe hineingeraten wäre Am liebsten ging Mogli mit dem Pantativ in das dunkle, feuchtwarme Herz des Urwaldes Um dort den schwülen Tag über zu schlafen Und des Nachts Bagheera auf der Jagd zu begleiten Mutter Wolf erzählte ihm ein oder zweimal Dass man Shirkhan nicht trauen dürfe Und dass er die Pflicht habe, eines Tages den Tiger zu töten Mogli aber vergaß die Worte der Mutter rasch wieder Denn er war ja nur ein Knabe Häufig kreuzte Shirkhan herausfordernd Moglis Pfade im Dschungel Denn Akela wurde älter und schwächer Und der lahme Tiger schloss Freundschaft mit den Jungwölfen des Rudels Die ihm folgten, weil bei Shirkhan immer etwas Beute für sie abfiel Das aber wäre nie geschehen in den Tagen von Akelas Macht Shirkhan schmeichelte den jungen Wölfen und fragte oft verwundert Warum sich so starke junge Jäger von einem alten Wolfe und einem nackten Menschenjungen leiten ließen Man erzählt sich im Dschungel, dass ihr in der Ratsversammlung nicht wagt Dem Menschenkind in die Augen zu schauen Dann knurrten die jungen Wölfe und sträubten das Fell Bagheera, der seine Augen und Ohren überall hatte, erfuhr davon Und er warnte Mogli, dass Shirkhan ihm eines Tages auflauern werde Aber Mogli lachte nur und antwortete Ich habe doch das Rudel und ich habe dich und ich habe Baloo Der zwar faul geworden ist, aber immer noch für mich ein paar Schläge austeilen würde Warum sollte ich mich fürchten? An einem sehr heißen Tage war es, da überkam den schwarzen Panther ein neuer Gedanke Vielleicht hatte er etwas gehört oder Ikki, das Stachelschwein, hatte ihm davon erzählt Kurz und gut, zu Mogli sagte er plötzlich im tiefsten Dschungel, als des Knaben Kopf auf Bagheeras schwarzem, schimmerndem Fell ruhte Kleiner Bruder, wie oft sagte ich dir schon, dass Shirkhan dein Feind ist So oft wie Nüsse an den Palmen dort hängen, antwortete Mogli, der natürlich nicht zählen konnte Doch, was soll's, schläfrig bin ich, Bagheera, und Shirkhan ist nichts als ein langer Schwanz und ein großes Maul, wie Mao, der Pfau Aber jetzt ist nicht Zeit zum Schlafen Baloo weiß es, ich weiß es, das Rudel weiß es und sogar die dummen, dummen Rehe wissens Auch dir hat es Tabaki erzählt Hoho, Tabaki kam vor kurzem zu mir, das Maul voll frecher Redensarten Ich sei ein nacktes Menschenjunges, das es nicht einmal schafft, Erdnüsse auszugraben Aber ich, ich packte ihn beim Schwanze und schwang ihn zweimal gegen eine Palme, um ihm meine Meinung zu sagen Dummheit war das Tabaki ist zwar ein Unheilsstifter, dennoch hätte er dir von Dingen erzählen können, die wichtig für dich sind Sperr die Augen auf, kleiner Bruder Shirkhan wird es nicht wagen, dich im Dschungel zu überfallen Aber bedenke, Akela ist sehr alt geworden und bald wird der Tag kommen, an dem er nicht mehr Führer des Rudels sein wird Viele Wölfe, die dich damals im Rat beäugt haben, sind nun schon ergraut Die Jungen aber hängen Shirkhan an, der ihnen vorschwatzt, dass für ein Menschenjunges kein Platz im Rudel ist Bedenke, bald wirst du ein Mann sein Und was ist denn ein Mann, der nicht mit seinen Brüdern laufen soll? Fragte Mowgli erbost Im Dschungel bin ich geboren, nach dem Gesetz des Dschungels habe ich gelebt Keiner ist im Rudel, dem ich nicht schon einen Dorn aus der Pfote zog Es sind doch meine Brüder Bagheera streckte sich in seiner ganzen Länge aus und schloss halb die Augen Kleiner Bruder, fühle mir einmal unter den Kiefer Mowgli hob seine starke braune Hand und gerade unter Bagheeras seidigem Kinn, dort wo die gewaltigen Muskeln spielten unter dem glänzenden Fell, da fühlte er eine kleine, kahle Stelle Keiner im Dschungel weiß, dass ich Bagheera dieses Zeichen trage Die Spur eines Halsringes Und doch, mein kleiner Bruder, ist es wahr Dass ich unter Menschen geboren bin in den Käfigen des Königspalastes zu Udaipur Das war der Grund, warum ich den Preis für dich zahlte, als du noch ein kleines, nacktes Junges warst Ja, auch ich kam unter Menschen zur Welt Ich hatte niemals den Dschungel gesehen, sie fütterten mich hinter eisernen Gittern, bis ich eines Nachts fühlte, dass ich Bagheera sei, der Panther und kein Spielzeug für Menschen Da zerbrach ich mit einem Schlag meiner Tatze das Schloss, das Dumme, und war frei Und wurde erst wirklich Bagheera, der Panther Und weil ich die Bräuche der Menschen kannte, wurde ich furchtbarer im Dschungel als Shere Khan, ist es nicht so? Ja, mein Bruder, alle im Dschungel fürchten, Bagheera, alle, außer Mowgli Oh, du bist ein Menschenkind, sagte der schwarze Panther mit zärtlichem Knurren Und so wie ich in den Dschungel heimkehrte, so wirst du zuletzt zu den Menschen zurückfinden Den Menschen, deinen Brüdern Wenn man dich nicht vorher im Rate im Stich lässt Aber warum? Warum sollten sie mich im Stich lassen? Sieh mich an, sagte Bagheera Und Mowgli blickte ihm fest in die Augen Nach einer halben Minute wandte der große Panther den Kopf zur Seite Deshalb, sogar ich vermag dir nicht gerade in die Augen zu sehen Und doch wurde ich unter Menschen geboren und liebe dich, mein kleiner Bruder Aber die anderen hassen dich, weil deine Augen ihnen wehtun Weil du weise bist und ihnen Dornen aus den Tatzen gezogen hast Kurz, weil du ein Mensch bist Von alledem wusste ich nichts, sagte Mowgli Und finster runzelten sich seine schwarzen Brauen Wie lautet das Gesetz des Dschungels? Erst schlage und dann sprich Gerade an deiner Sorglosigkeit sehen sie, dass du ein Mensch bist Sei aber klug Mir schwant, wenn Akela das nächste Mal seine Beute verfehlt Und jedes Mal wird es ihm schwerer, den Bock zu packen Dann wird das ganze Rudel über dich herfallen Über ihn und über dich Einen Dschungelrad werden sie halten am Felsen Dann aber, dann Ich hab's! Rief Bagheera erregt und sprang auf Höre, kleiner Bruder, laufe so schnell du kannst ins Tal zu den Hütten der Menschen Und hole die rote Blume, die sie dort hegen Dann wirst du in der Stunde der Not einen mächtigeren Freund haben als mich oder Balou Oder die vom Rudel, die dich lieben Lauf schnell und hole die rote Blume Bagheera meinte mit der roten Blume Das Feuer Aber kein Tier des Dschungels nannte das Feuer bei seinem Namen In großer Furcht lebten alle vor dem glühenden Atem der Flamme Und erfanden hunderte von Worten, um das Feuer zu umschreiben Die rote Blume? Fragte Mowgli Die wächst vor den Hütten in der Dämmerung Ich will sie holen So spricht ein Menschen, Junges Erwiderte Bagheera mit Stolz Vergiss nicht, in kleinen Töpfen wächst sie Und nun fort, beeil dich Und bewahre sie gut auf für die Zeit der Not Gut, sagte Mowgli, ich laufe Aber bist du sicher, mein lieber Bagheera? Er schlang seinen Arm um den glänzenden Hals seines Freundes Und sah ihm tief in die großen Augen Bist du ganz sicher, dass all das Schirkans Werk ist? Bei dem gesprengten Schloss, das mich befreite Ja, sicher bin ich, kleiner Bruder Dann, bei dem Bullen, der mein Kaufpreis war Dann will ich Schirkan voll heimzahlen, was ich ihm schulde Vielleicht auch ein wenig mehr Und mit langen Sätzen sprang Mowgli davon Ja, Mensch Ganz und gar Mensch Dachte Bagheera, sich wieder lagernd Oh, Schirkan Niemals gab es eine schlimmere Jagd Als deine Froschhetze vor zehn Jahren Mowgli rannte und rannte durch den Wald Und hoch schlug ihm das Herz Als der Abendnebel stieg, gelangte er zu der Höhle Schöpfte Atem und blickte hinab ins Tal Seine Brüder waren fort, aber Mutterwolf lag hinten in der Höhle Sie hörte seinen keuchenden Atem und wusste sogleich, dass ihr kleiner Frosch Kummer hatte Was hast du, Sohn? Fragte sie Ach nichts, nichts, nur dummes Geschwätz von Schirkan Rief er zurück Ich jage auf den gepflügten Feldern heute Nacht Und fort war er Seinen Weg durch das Dickicht bahnend Fort zum Fluss im Talgrund Da plötzlich stutzte er Denn er vernahm das Geheul des jagenden Rudels Hörte dumpfes Röhren gehetzter Hirsche Und das wilde Schnauben des Bockes Der sich den Verfolgern stellte Dann ertönte das höhnische, böse Heulen der jungen Wölfe Akela, Akela, der Einsiedelwolf möge seine Stärke zeigen Macht Platz für den Führer des Rudels Spring an, Akela Und Akela sprang, musste aber den Bock verfehlt haben Denn Mowgli hörte das scharfe Zuklappen des Gebisses Und gleich darauf ein Wegeheul Als der wütende Hirsch mit seinen Vorderläufen den Wolf niederschlug Mowgli verharrte nicht länger, sondern preschte weiter Das Bellen und Heulen hinter ihm wurde schwächer Als er durch die Äcker und Saatfelder zu den Wohnungen der Menschen lief Bagheera hatte recht Keuchte er und ließ sich auf einem Strohhaufen Neben dem Fenster einer Hütte niederfallen Morgen gilt der Groll der Wölfe uns beiden Akela und mir Dann erhob er sich geräuschlos Presste das Gesicht gegen das kleine Fenster und beobachtete das Feuer auf dem Herd Er sah, wie eine Frau aufstand und dem Feuer kleine schwarze Stücke zur Nahrung gab Als dann der Morgen anbrach und weiß und kalt die Nebel zogen Vernahm er, wie das Kind dieser Dorfbewohner einen Lehmtopf nahm, Stücke rotglühender Holzkohle Hineintat ihn zudeckte und nach draußen ging Um nach den Kühen im Stall zu sehen Ist das alles? Sagte Mowgli zu sich Wenn das ein Menschenjunges tun kann So ist keine Gefahr dabei Er bog rasch um die Ecke Trat auf den Knaben zu Entriss ihm den Topf und war im Nebel verschwunden Während der Jungen ein Angstgeheul ausbrach Sie sehen ganz aus wie ich Die Menschen Dachte Mowgli und blies in den Topf Wie es die Frau gemacht hatte Es wird sterben, wenn ich es nicht füttere Und er legte kleine Zweige und Baumrinde auf die rote Blume Er war schon wieder weit den Berg hinauf Als er Bagheera traf Auf dessen Fell die Tautropfen des Morgens wie Mondsteine glänzten Akela hat den Sprung verfehlt Erzählte der Panther Sie wären schon diese Nacht über ihn hergefallen Aber auch dich wollten sie haben Überall im Dschungel suchten sie nach dir Bei den Hütten der Menschen war ich Jetzt bin ich bereit Sie! Er hielt den rauchenden Topf in die Höhe Gut, aber höre Ich sah, wie die Menschen einen trockenen Ast in die Masse bohrten Und dann blühte plötzlich die rote Blume an seinem Ende auf Hast du keine Angst? Nein! Warum sollte ich denn? Ich entsinne mich, wenn es kein Traum war Wie ich einst, bevor ich ein Wolf wurde, neben der roten Blume lag Warm war sie und freundlich Mowgli saß den ganzen Tag in der Höhle bei seinem Feuertopfe und steckte trockene Zweige hinein, um zu sehen, wie die rote Blume aufzüngelte Zuletzt fand er einen starken Ast, der ihm gefiel Am Abend dann, als Tabaki in die Höhle kam und ihm höhnisch zurief, er werde gewünscht auf dem Ratsfelsen Da lachte er und lachte, bis Tabaki entsetzt davonlief Und lachend noch ging Mowgli zur Ratsversammlung der Wölfe Akela, der Einsiedelwolf, lagerte am Fuß seines felsigen Sitzes, zum Zeichen, dass die Führerschaft des Rudels frei war Shere Khan schritt stolz auf und ab, umschmeichelt von seinem Anhang den abfallfressenden Wölfen Bagheera lag dicht bei Mowgli, der den Feuertopf zwischen den Knien hielt Als alle vollzählig versammelt waren, hob Shere Khan zu einer Ansprache an So wie er es zur Zeit von Akelas kraftvoller Führung nie gewagt hätte Er hat kein Recht zu reden, flüsterte Bagheera Sag ihm das, ein Hundesohn ist er, sag es ihm, er wird dann Furcht haben Mowgli sprang auf Freies Volk, rief er Ist Shere Khan des Rudels Führer? Was hat ein Tiger mit der Führerschaft zu tun? Die Führerschaft ist frei und ich bin ersucht worden, hier zu sprechen, begann Shere Khan Ersucht? Von wem? rief Mowgli Sind wir denn alle Schakale, dass wir vor diesem lahmen Viehfresser kriechen? Die Führerschaft über das Rudel steht ganz allein dem Rudel zu Wildes Geschrei erhob sich Schweige, du Menschenjunges! und andere riefen Er rede, er hat das Gesetz gehalten Endlich übertönte die donnernde Stimme des Ältesten des Rudels das Gewirr Der tote Wolf soll sprechen, Akela hat das Wort! Sobald nämlich der Führer des Rudels seine Beute verfehlt hat, wird er der tote Wolf genannt, solange er noch am Leben ist Akela hob müde sein graues Haupt und sagte »Freies Volk! Und auch ihr, Schakale Shere Khans! Zwölf Jahre lang führte ich euch vom Lager zum Jagen, vom Jagen zum Lager Und während der ganzen Zeit geriet keiner in Fallen, kam keiner zu Schaden Nun habe ich meine Beute verfehlt Ihr alle wisst von der Verschwörung gegen mich Ihr wisst, wie ihr mich zu dem Bock in der Brunft gebracht habt, um dem Rudel meine Schwäche zu zeigen Die Falle war gut gestellt Euer Recht ist nun nach Dschungelgesetz, dass ihr einzeln kommt, um mich anzugehen Einer nach dem anderen Tiefes Schweigen herrschte ringsum Niemand regte sich Denn keiner hatte den Mut, gegen Akela anzutreten Da brüllte Shere Khan »Bah! Was haben wir denn mit diesem zahnlosen Narren zu schaffen? Aber das Menschenjunge ist's, um das es sich handelt Freies Volk! Er war meine Beute von Anfang an! Liefert ihn an mich aus! Meine Geduld mit ihm ist zu Ende! Dieser Menschenwolf hat zehn Jahre lang im Dschungel sein Unwesen getrieben Gebt ihn heraus, oder? Ich schwör's, ich werde immer da in euren Gründen jagen und keinen trockenen Knochen übrig lassen Mensch ist er, eines Menschenkind Und ich hasse ihn Bis in das Mark meiner Gebeine hasse ich ihn!« Mehr als die Hälfte des Rudels heulte »Ein Mensch ist er! Was haben wir mit einem Menschen zu schaffen? Zum Menschenpack gehe er, wo er hingehört!« »Um alle Dorfbewohner gegen uns aufzuhetzen?« Fragte Shere Khan »Nein! Gebt ihn mir!« »Mensch ist er! Und keiner von uns vermag ihm in die Augen zu blicken!« Wieder erhob Akela den grauen Kopf »Er hat sich mit uns gesättigt! Er hat mit uns geschlafen! Er hat uns das Wild zugejagt! Er hat niemals das Gesetz des Dschungels gebrochen!« »Ich zahlte einen Bullen für ihn als Preis für seine Aufnahme. Gewiss, der Wert eines Bullen ist gering, aber für seine Ehre wird Bagheera möglicherweise zu kämpfen wissen«, sagte der Panther mit sanfter Stimme. »Ein Bulle! Vor zehn Jahren bezahlt!« Knotte das Rudel. »Was kümmern uns alte, gebleichte Knochen?« »Auch nicht Verträge?« Bagheera fletschte sein weißes Gebiss. »Freies Volk nennt man euch und mit Recht!« »Kein Menschenjunges darf laufen und leben mit den Völkern im Dschungel!« Heulte Schirkan. »Gebt ihn mir frei!« »Er ist unser Bruder in allem, nicht nur im Blute«, fuhr Akela fort, »und dennoch wollte ihn verraten?« »Pah, manche unter euch sind Viehfresser geworden und andere,« so hörte ich sagen, »schleichen sich nachts im Gefolge Schirkans in die Dörfer.« »Feiglinge seid ihr und Hunde gezücht, und zu Feiglingen spreche ich jetzt. Lasst das Menschenjunge in sein Dorf zurückkehren, und ich lasse mich willig von euch zerreißen, ohne zu kämpfen.« Das wird Dreien aus dem Rudel das Leben retten. Mehr kann ich nicht tun. Bedenkt, Mowgli ist ein Bruder, gegen den es keine Klage gibt, ein Bruder, für den man sprach und den man aufnahm nach dem Gesetz des Dschungels. »Er ist ein Mensch! Mensch! Mensch!«, knurrte wütend das Rudel, und die meisten Wölfe begannen sich um Schirkan zu scharen, dessen Schwanz die Luft peitschte. »Jetzt ist es an dir«, sagte Bagheera zu Mowgli. »Uns bleibt nur der Kampf.« Mowgli stand aufrecht, den Feuertopf in den Händen. Dann streckte er die Arme aus und gähnte den knurrenden Wölfen gerade ins Gesicht. Aber im Herzen war er rasend vor Wut und Trauer, denn nach Wolfsart hatten die Wölfe ihn niemals merken lassen, wie sehr sie ihn hassten. »Hört jetzt, ihr da«, rief er, »überflüssig ist all dieses hundige Kläffe. Gern wäre ich mit euch ein Wolf geblieben, aber immer wieder habt ihr's mir heute gesagt, ich sei ein Mensch, und ich fühle, eure Worte sind wahr. Und so nenne ich euch ab sofort nicht mehr meine Brüder, sondern Hunde. Was ihr tun oder nicht tun werdet, das habt nicht ihr zu bestimmen, das ist allein meine Sache. Und damit euch das deutlich wird, darum habe ich, der Mensch, zu euch die rote Blume gebracht, vor der ihr Hunde euch so fürchtet.« Er warf den Feuertopf um, und rote Kohlen fielen auf trockenes Moos, das aufflammte, entsetzt wich das Wolfspakt zurück vor den aufzüngelnden, glühenden Schlangen. Mowgli hielt den trockenen Ast in das Feuer, bis die Zweige brannten, und dann schwang er ihn über den Kopf und sprang zwischen die kauernden Wölfe. »Du bist ihr Herr und Meister«, flüsterte ihm Bagheera zu, »rette Akelas Leben, er war stets dein Freund.« Akela, der grimmige alte Wolf, der niemals in seinem Leben um Gnade gefläht hatte, sah auf und warf einen zaghaft klagenden Blick auf den Knaben, der dastand mit wallendem schwarzen Haar und umtanzt vom zitternden, schwankenden Schatten der flackernden Glut. »Gut«, sagte Mowgli und blickte im Kreise um sich, »ich wusste es, ihr seid Hunde. Ich gehe von euch zu meinem eigenen Volke, wenn es mein Volk ist. Verschlossen ist mir fort an der Dschungel, und vergessen muss ich euch und das Leben bei euch. Aber ich will barmherziger sein, als ihr es wart. Da ich euer Bruder war, euer Bruder in allem, nur nicht im Blute, verspreche ich, dass ich, wenn ich Mensch bin unter den Menschen, dass ich euch dann nicht an die Menschen verraten werde, wie ihr mich verraten habt. Kein Krieg soll sein zwischen mir und euch.« Mowgli stieß mit dem Fuß in die brennenden Hölzer, dass die Funken aufprasselten. »Aber noch ist eine Schuld hier zu begleichen, bevor ich gehe.« Er schritt hin zu Shirkan, der da saß und blöde blinzelnd in die Flammen starrte, und Mowgli packte ihn fest an den Kinnharen. Bagheera war ihm gefolgt. »Auf, Hund«, schrie Mowgli ihn an, »auf, wenn ein Mensch mit dir spricht, oder ich stecke dir dein Fell in Brand.« Shirkans Ohren legten sich flach an den Kopf, und er schloss die Augen, denn allzu nahe schwelte der glimmende Ast. »Dieser Viehschlechter prallte, er würde mich heute töten, weil ich einst von ihm fortlief, als ich noch ein wehrloses Junges war. Ich will dir zeigen, wie die Menschen, wenn sie Männer geworden sind, die Hunde strafen. Rühre nur ein Glied, und ich stoße dir die Feuerblume in den Rachen.« Und er schlug den brennenden Ast dem Tiger um die Ohren, der in kläglicher Angst winselte und heulte. »Pah, du versenkte Dschungelkatze, du kannst nun gehen! Aber wisse, dass ich das nächste Mal nur mit Shirkans Fell um die Schultern hier zum Ratsfelsen kommen werde, und die anderen, ihr falschen Brüder, hört meinen Willen! Akela geht frei von hier, wohin es ihm beliebt. Ihr werdet ihm kein Haar krümmen, weil ich es nicht will. »Und nun fort mit euch allen! Ihr sollt nicht länger sitzen mit hängender Zunge, als wäret ihr etwas anderes als Hunde, die ich von dannen jage. Fort!« Das Feuer brannte hell am Ende des Astes, und Mowgli schlug rechts und links in den Haufen, dass die Wölfe heulend mit versenktem Fell davonstoben. Zuletzt waren nur Akela, Bagheera und etwa zehn Wölfe auf dem Platze, die Mowglis Freunde geblieben waren. Da ergriff Mö... Na, okay, das muss ich langsam machen. Zuletzt waren nur Akela, Bagheera und etwa zehn Wölfe auf dem Platze, die Mowglis Freunde geblieben waren. Da ergriff Mowgli ein Schmerz im Inneren, wie er ihn noch nie gekannt hatte. Sein Herz krampfte sich zusammen. Er schluchzte und Tränen liefen über sein Gesicht. »Was ist das? Was ist das nur? Bei euch im Dschungel möchte ich bleiben und ich weiß nicht, wie mir ist. Ist es um mich geschehen, Bagheera?« »Nein, kleiner Bruder, das sind nur Tränen, wie die Menschen sie haben. Und nun weiß ich, dass du ein Mann bist und nicht mehr ein Kind. Der Dschungel ist dir in Zukunft verschlossen. Lass sie rinnen, mein Mowgli. Es sind nur Tränen.« Da saß Mowgli und weinte und schluchzte, als wollte das Herz ihm brechen. Er weinte zum ersten Mal in seinem Leben. »Jetzt«, sprach er, »jetzt will ich zu den Menschen gehen. Aber erst muss ich Abschied nehmen von meiner Mutter.« Und er lief zur Höhle, wo seine alte Mutter mit dem grauhaarigen Vater noch immer wohnte. Und er weinte, weinte an ihrem Halse, während seine vier Brüder jämmerlich heulten. »Ihr vergesst mich nicht?«, fragte Mowgli. »Niemals, solange wir noch einer Spur folgen können«, sagten die Brüder. »Komm zu dem Fuß der Hügel, wenn du bei den Menschen wohnst, und wir werden mit dir sprechen und bei Nacht mit dir in den Feldern spielen.« »Komm bald zu uns«, sagte Vater Wolf. »O weiser, kleiner Frosch, du kehrst doch bald zurück, denn wir beide sind alt, deine Mutter und ich.« »Komme bald, mein kleiner, nackter Sohn«, sagte Mutter Wolf. »Denn höre, du Menschenkind, ich liebte dich mehr als meine eigenen Jungen.« »Gewiss, ich kehre zurück, und wenn ich komme, dann wird es sein, um Schirkans Fell auf dem Ratsfelsen aufzuspannen. Vergesst mich nicht, Mutter, Vater, Brüder, sagt allen im Dschungel, sie sollen sich meiner erinnern.« Die Morgendämmerung stieg im Osten auf, als Mowgli einsam die Hügel hinabschritt, zu den Rätselwesen, Menschen genannt. Das Dschungelbuch Kahrs Jagdtanz Es prumpt in hellschillernden Farben der schäckige Leopard. Stolz ist der mächtige Büffel auf Hörner gewaltiger Art. Doch willst du als Jäger bestehen, halt glänzend den eigenen Pelz, denn Jugendstärke verkündet des prächtigen Felles Schmelz. Und schleudert der kämpfende Büffel den Feind zur Wolke hinauf? Und spießt der schnaubende Hirsch den Gegner in rasendem Lauf? Das brauchst du uns nicht mehr zu melden, wir wissen's aus uralter Zeit. Verschone das fremde Junge und füge ihm zu, kein Leid. Nein, grüß es als Schwester und Bruder, auch wenn es noch wehrlos und klein, es könnte die starke Bärin des kleinen Mutter sein. Ich bin im Dschungel der Stärkste, ruft prahlend ein junges Blut, nach dem ersten errungenen Siege in törichtem Übermut. Doch groß ist der herrliche Dschungel und klein ist das prahlende Kind. Bald wird es wachsen und wissen, wer hier die Mächtigen sind. Bis dahin lass es schwatzen, wie es nun immer will. Bald fühlt es Zähne und Tatzen, dann wird's von selber still. Was hier erzählt wird, geschah in der Zeit, bevor Mowgli aus dem Sioni-Wolfsrudel ausgestoßen wurde und bevor er an Shir Khan, dem Tiger, Rache nahm. Es war in den Tagen, als Balou dem Menschenkind Mowgli das Gesetz des Dschungels lehrte. Der große, würdige alte Bär freute sich, einen so gelehrigen Schüler zu haben. Denn junge Wölfe wollen nur so viel von dem Dschungelgesetz lernen, als unbedingt nötig ist für das eigene Rudel und laufen von dannen, sobald sie den Jagdspruch her sagen können. Füße, die geräuschlos traben, Augen, die im Dunkeln sehen, Ohren, die den Wind hören, Zähne, die wie Messer schneiden. Das sind die Zeichen unserer Brüder. Ausgeschlossen nur sind die Hyäne und Tabaki, der Schakal, die verhassten. Aber Mowgli, das Menschenjunge, hatte einiges mehr zu lernen. Manchmal kam Bagheera, der schwarze Panther, durch das dickig geglitten, um zu sehen, was sein Liebling für Fortschritte mache. Dann schnurrte er und rieb seinen Kopf an Mowglis Knie, während der Knabe seine Aufgabe her sagte. Mowgli war bald im Schwimmen, Klettern und Laufen Meister, der es in den Bäumen beinahe den Affen gleichtat und im Teiche mit den Fischen um die Wette schwamm. Darum lehrte ihn der weise Balou die Wasser- und Waldgesetze. Er zeigte ihm, wie er dürre Äste von gesundem Holz unterscheiden könne, wie er mit den wilden Bienen höflich sprechen müsse, wenn er ihrem Schwarm unversehens 15 Meter über der Erde begegne, wie er sich zu entschuldigen habe, wenn er Mang die Fledermaus beim Mittagsschlaf störe und wie er die Wasserschlangen benachrichtigen müsse, bevor er in die Sümpfe und Teiche hineinplatsche. Die Dschungelvölker haben es nicht gerne, wenn man sie aus ihrer Ruhe aufschreckt und stürzen sich leicht blindlings auf den Störenfried. Auch lernte Mowgli den Jagdruf des Fremdlings, den man, falls man in fremden Gründen jagen will, so lange wiederholen muss, bis Antwort erschallt. Der Ruf lautet »Lasst mich hier jagen, denn leer ist mein Magen!« Und die Antwort ist »Jag, um den Hunger zu stillen, nicht um des Vergnügens willen!« Ja, unendlich viel hatte Mowgli zu lernen und oftmals ermüdete es ihn, hundertmal den gleichen Spruch zu wiederholen. Das half ihm jedoch nichts, denn wie Balou eines Tages zu Bagheera sagte, als Mowgli nach einem Streit bockig davongerannt war »Menschenjunges ist Menschenjunges und alle Gesetze des Dschungels muss er lernen.« »Aber bedenke doch, wie klein er ist«, meinte der schwarze Panther, der, wäre es nur nach ihm gegangen, Mowgli ganz und gar verwöhnt und verzogen hätte. »Wie kann denn in seinem kleinen Kopfe für all dein langes Gerede Raum sein?« »Was? Ich lehre ihm gerade die Meisterworte, Urworte der Völker des Dschungels, die ihm Schutz gewähren bei Vögeln und Schlangenvolk und bei allem, was vierfüßig auf dem Erdboden jagt. Wenn er diese Worte behält, dann kann er bei allen Völkern im Dschungel Schutz und Hilfe heischen.« »Wie heißen denn deine prächtigen Meisterworte? Zwar bin ich gewöhnt, eher Hilfe zu gewähren, anstatt sie zu suchen?« Bagheera reckte und streckte die Pranke und blickte voll stolz auf die stahlblauen, eisenstarken Krallen. »Doch möchte ich die Worte ganz gerne kennen.« »Ich werde Mowgli rufen. Er soll sie sprechen. Das heißt, falls er will. Komm her, kleiner Bruder!« »Mein Kopf brummt mir wie ein Bienenstock«, tönte eine mürrische Stimme über ihn. Gleich darauf raschelte es im Blattwerk und Mowgli glitt den Baumstamm herab. Er machte ein ärgerliches Gesicht und sagte trotzig, »Nur Bagheera zuliebe komme ich und nicht deinetwegen, alter fetter Balou.« »Das macht mir nichts«, sagte Balou, obgleich er sich gekränkt fühlte. »Sage also deinem Bagheera die Meisterworte des Dschungels, die du heute gelernt hast.« »Meisterworte welches Volkes?« fragte Mowgli, im Grunde froh, sein Wissen zeigen zu können. »Viele Sprachen hat der Dschungel. Ich weiß sie alle.« »Ein paar weißt du, aber längst nicht alle. Da siehst du wieder, Bagheera, wie wenig ein Lehrer Dank erntet. Noch nie ist einer der Wölflinge zurückgekommen, um mir ein Wort des Dankes zu sagen. Brrrr! Und nun sage uns mal, du großer Gelehrter, wie heißt der Spruch, der allgemeine Jagdspruch?« »Du und ich und ich und du, wir sind vom gleichen Blute«, gab Mowgli die Worte in der Bärensprache, die alle Jagdvölker benutzen. »Gut«, sagte Balou, »nun das Vogelwort.« Mowgli wiederholte den Spruch und schloss mit dem hohlen, langgezogenen Pfiff des Geiers. »Jetzt das Wort der Schlangenvölker«, sagte Bagheera. Die Antwort war ein unbeschreibliches, scharfes Zischen. Dann schlug Mowgli ein Rad vor Freude, klatschte sich selbst Beifall, sprang auf Bagheeras Rücken und trommelte mit den Beinen gegen das glänzende Fell, während er seinem Lehrer die fürchterlichsten Grimassen schnitt. »Du wirst mir schon einmal dafür danken, mein kleiner Bruder.« Und damit wandte er sich zu Bagheera und erzählte ihm, wie er Hati, den wilden Elefanten, gebeten hatte, ihm die Meisterworte zu verraten, denn Hati weiß alles. Und wie dann Hati Mowgli selbst mit nach dem Sumpf genommen hatte, um das Schlangenwort von den Wasserschlangen zu erfahren, denn das vermochte Balou nicht auszusprechen. Und nun wäre Mowgli gegen alles Unglück im Dschungel gefeiht, da weder Schlangen noch Vögel noch Raubtiere ihm etwas anhaben könnten. »Keinen also hat er mehr zu fürchten,« schloss Balou seinen Bericht, sich stolz auf den pelzigen Bauch klatschend. »Sein eigenes Volk ausgenommen,« brummte Bagheera leise und dann laut zu Mowgli. »Ach, meine Rippen, du schlägst sie mir kaputt, kleiner Bruder. Was soll denn das Herumgetanze immerwährend?« Mowgli hatte versucht, die Aufmerksamkeit der beiden Freunde auf sich zu lenken. Deshalb zauste er kräftig Bagheeras haariges Fell und trommelte ihm mit den Füßen gegen die Rippen. Als sie endlich hörten, rief er aus vollem Halse, »Und ich werde einmal mein eigenes Volk für mich haben, jawohl, und werde es von morgens bis abends durch die Baumstraßen führen.« »Was ist denn das wieder für eine Dummheit, du Traumhans?« fragte Bagheera. »Jawohl, und dann werde ich Äste und sonst noch allerlei auf den alten Baloo hinabwerfen. Das haben sie mir versprochen, jawohl.« »Wuff!« Balous große Tatze fegte Mowgli von Bagheeras Rücken und als der Knabe zwischen den Vordertatzen des Panthers lag, konnte er sehen, dass sein Lehrer ergrimmt war. »Mowgli«, brummte Baloo, »du hast mit dem Bandaluk gesprochen, dem Affenvolke.« Mowgli schielte zu Bagheera hinauf, um zu sehen, ob auch der Panther ärgerlich war, und Bagheeras Augen blickten grünlich und hart wie Jadestein. »Was? Bei den Affen bist du gewesen? Bei den grauen Narren, den Leuten ohne Gesetz, den Allesfressern? Oh, Schmach und Schande!« »Als Baloo mich das letzte Mal geschimpft hat,« sagte Mowgli immer noch auf dem Rücken liegend, »bin ich fortgerannt, und die grauen Affen kamen von den Bäumen und hatten Mitleid mit mir. Niemand sonst hatte es.« Seine Stimme war ein wenig unsicher. »Mitleid bei den Affen!« schnarrte Baloo. »Sprich lieber von der Stille des reißenden Bergbaches, der Kälte der glühenden Sommersonne, und was geschah dann, Menschenjunges?« »Und dann?« »Dann gaben sie mir Nüsse und allerlei schöne Dinge zu essen, und sie trugen mich in ihren Armen in die höchsten Wipfel und sagten, ich sei ihr Blutsverwandter. Nur der Schwanz fehle mir, und eines Tages würde ich ihr Führer sein.« »Sie sind stets führerlos,« rief Bagheera. »Sie lügen. Immer haben sie gelogen.« »Sehr gut waren sie zu mir und baten mich wiederzukommen.« »Warum habt ihr mich nie zu dem Affenvolk gebracht?« »Aufrecht stehen sie auf den Füßen wie ich.« »Sie schlagen nicht mit harten Pranken.« »Sie spielen den ganzen Tag.« »Lasst mich auf, böser alter Baloo, lass mich aufstehen.« »Ich will zu ihnen »Fürerlosen Junges«,« sagte der Bär, und seine Stimme grollte wie Donner in schwüler Nacht. »Ich lehrte dich die Gesetze aller Völker des Dschungels, mit Ausnahme des Affenvolkes, das in den Bäumen haust. Ihr Volk hat kein Gesetz. Rechtlos sind sie. Nicht einmal eine eigene Sprache haben sie, sondern stehlen sich Wörter von anderen, deren Gespräche sie belauschen. Nein, ihre Art ist nicht unsere Art. Führerlos sind sie und denken nur an den Augenblick. Sie prahlen und schwatzen und machen Geschrei, dass sie ein möchtiges Volk wären und bald Großes vollführen würden im Dschungel. Wenn aber Nüsse fallen, dann ist alles vergessen, sie kichern und toben. Wir vom Dschungel haben nichts mit ihnen gemein. Wir trinken nicht, wo Affen trinken. Wir meiden die Plätze, wo Affen hinkommen. Wir jagen nicht, wo sie jagen. Hast du mich jemals bis heute von den Bandalog sprechen hören? Nein, flüsterte Mowgli, denn Schweigen herrschte im Walde, als Baloo verstummte. Die Dschungelleute sprechen nicht von ihnen und halten es nicht für der Mühe wert, an sie zu denken. Zahlreich sind sie, diese Affen, böse und schmutzig und ihr einziger Wunsch ist, falls sie überhaupt einen bestimmten Wunsch haben, von den Dschungelvölkern bemerkt zu werden, aber wir beachten sie nicht. Nicht einmal, wenn sie Nüsse und Unrat auf unsere Köpfe herabwerfen. Kaum hatte er geendet, als ein wahrer Regen von Nüssen und Zweigen aus den Bäumen herabprasselte. Man hörte heiseres, ärgerliches Bellen und Husten und Umherspringen hoch oben in den Wipfeln. Die Affenvölker sind ausgestoßen aus der Gemeinschaft des Dschungels, sagte Balou. Ausgestoßen, hörst du, und denke daran, denke daran. Ausgestoßen, echote Bagheera. Und dennoch scheint es mir, Balou hätte dich bei Zeiten vor ihnen warnen sollen. Ich? Warum? Wie konnte ich ahnen, dass er sich mit solchem Schmutz abgeben würde? Affenvölker, Pfui! Ein neuer Schauer kam auf sie herabgehagelt und die beiden nahmen Mogli in die Mitte und trabten mit ihm davon. Was Balou von den Affen erzählte, war durchaus richtig. Sie hausten in den Baumwipfeln und da Tiere selten ihren Blick nach oben erheben, lag keine Notwendigkeit für die Dschungelvölker vor, mit den Affen in Berührung zu kommen. Aber sobald die Affen einmal einen kranken Wolf oder einen verwundeten Tiger aufspüren, kommen sie sogleich in Scharen herbeigesprungen und quälen den Wehrlosen. Und auf alles Getier im Dschungel werfen sie Nüsse und Zweige herab, nur um sich zu belustigen oder um sich bemerkbar zu machen. Dann heulen und kreischen sie sinnlose Gesänge und fordern die Dschungelvölker spöttisch auf, zu ihnen auf die Bäume zu kommen und mit ihnen zu kämpfen. Oder sie beginnen um nichts und wieder nichts wütende Schlachten untereinander. Immer haben sie die Absicht, sich einen Führer zu wählen und sich eigene Gesetze und Sitten zu schaffen, aber niemals kommt es so weit, denn ihr Gedächtnis reicht nicht über den Tag hinaus. Kein anderes Tier vermag sie in ihren Behausungen zu erreichen, aber dafür schenkt auch niemand ihnen die geringste Beachtung und deshalb waren sie so erfreut, als Mogli sie aufsuchte, um mit ihnen zu spielen. Mehr wollten sie nicht, wie sie überhaupt nie etwas Bestimmtes wollten, aber diesmal kam einer von ihnen auf eine, wie er meinte, glänzende Idee und verkündete sie gleich allen, dass nämlich Mogli sehr nützlich für den Stamm werden könnte, denn er verstünde Zweige zusammenzuflechten als Schutz gegen den Wind und wenn man ihn einfinge und behielte, dann könnte er sie darin unterrichten. Mogli besaß als Sohn eines Holzfällers vererbte Instinkte aller Art und er hatte sich oft damit vergnügt, aus Zweigen und Buschwerk kleine Hütten aufzubauen, ohne zu wissen, warum er das tat und woher er diese Fertigkeit besaß. Die Affen hatten seinem kindlichen Spiele von den Bäumen aus zugesehen und hielten es für etwas ganz Wunderbares. Diesmal, so sagten sie, wollten sie sich wirklich einen Führer wählen und dann würden sie das klügste Volk des Dschungels werden, von allen beachtet und beneidet. Daher folgten sie vorsichtig und geräuschlos Baloo, Bagheera und dem Knaben durch den Dschungel, bis die Zeit der Mittagsruhe herankam. Mogli hatte sich sehr geschämt und beschlossen, sich nie mehr mit dem Affenvolk abzugeben und nun legte er sich zwischen Bär und Panther schlafen. Tief war sein Schlaf. Da fühlte er sich plötzlich an Armen und Beinen von kleinen, harten Händen ergriffen. Er glaubte zu träumen, aber schon fuhren ihm die Zweige ins Gesicht und die Blätter schlugen ihm rauschend um die Ohren. Erschrocken starrte er hinab durch die schwingenden Äste auf die Erde und sah, wie Bagheera mit gefletschten Zähnen an dem Baumstamm hochkletterte, während Baloo den schlaftrunkenen Dschungel mit lautem Gebrüll weckte. Die Bander log, heulten triumphierend und eilten hinauf in die höchsten Kronen, wohin Bagheera nicht zu folgen wagte. Von dort krähten sie hernieder. Er hat uns bemerkt! Bagheera hat uns beachtet! Alles Dschungelvolk bewundert uns nun ob unserer Schleue und Geschicklichkeit! Dann machten sie sich auf die Flucht und so eine Flucht der Affenvölker durch das Baumland ist einfach nicht zu beschreiben. Sie haben ihre regelrechten Straßen und Kreuzwege Gipfel auf, Gipfel ab, immer 15 bis 30 Meter über der Erde und auch bei Nacht können sie über die Hochwege wandern. Zwei der stärksten Affen griffen Mowgli unter die Arme und fort ging es in mächtigen Sprüngen locker über fünf Meter breite Abgründe. Wären sie unbehindert gewesen, so hätten sie zweimal so schnell davon eilen können, doch das Gewicht des Knaben hielt sie zurück. Mowgli schwindelte der Kopf und dennoch genoss er den rasenden Flug durch die Baumwipfel. Er hatte bisher das Gefühl der Furcht nicht gekannt. Als er aber jetzt die Erde tief unter sich liegen sah und als die Äste nach jedem Satze mit furchtbarer Gewalt schwankten und ausschlugen, da wurde ihm seltsam zumute und das Herz pochte ihm, als wolle es aus der Brust herausspringen. Hinauf zur Baumkrone ging es, bis die dünnen Zweige sich krächzend bogen. Dann warfen sich seine Begleiter in den leeren Raum unter ihnen und hingen im nächsten Augenblick an den stärkeren Zweigen des nächsten Baumes. Manchmal konnte Mowgli kilometerweit den ruhig daliegenden grünen Dschungel übersehen, als ob er mitten im Ozean auf dem höchsten Maste eines Schiffes säße. Dann aber schlugen ihm wieder die Zweige ins Gesicht und wieder war er mit seinen beiden Begleitern fast auf dem Boden angelangt. Springend, rutschend, bellend und heulend, so stürzte der ganze Stamm der Bandalok vorwärts durch die Baumstraßen mit Mowgli, ihrem Gefangenen. Zuerst hatte er Angst, dass er fallen würde, dann wurde er zornig, war aber zu klug, um sich während dieser schwindenden Flucht zu wehren. Schließlich begann er über seine Lage nachzudenken. Vor allen Dingen musste er Baloo und Bagheera Nachricht senden, denn bei der ungeheuren Schnelligkeit der Flucht waren diese weit zurückgeblieben. Mowgli sah zuerst zur Erde nieder, als ob er von dort Hilfe erwartete, aber Bäume, Sträucher, ganze Landschaften glitten wie im Fluge an seinen Augen vorbei, sodass er nichts Bestimmtes zu unterscheiden vermochte. Wie er dann aber aufblickte, sah er hoch oben im Äter Chill, den Geier, der in der Luft schwebte und sich wiegte und Wache hielt über den Dschungel, lauernd auf den Tod der Geschöpfe da unten. Chill bemerkte, dass die Affen etwas davontrugen. Ob es da etwas für ihn gab? Vor Überraschung stieß er einen langen Pfiff aus, als er sah, wie Mowgli in die höchste Spitze einer Palme gezerrt wurde. Da tönte Mowglis Hilferuf zu ihm auf. Du und ich und ich und du, wir sind vom gleichen Blute! Im nächsten Augenblick schlossen sich die dichten Zweige wie Meereswogen über den Flüchtlingen. Chill schoss mit ein paar Schlägen der mächtigen Flügel vorwärts und stand über dem nächsten Baumwipfel, gerade als das kleine braune Gesicht wieder auftauchte. Halte meine Fährte, rief Mowgli ihm zu, berichte Balou vom Sionirudel und Bagheera dem Panther. Von wem kommt die Botschaft, Bruder? Chill hatte Mowgli noch nie gesehen, obgleich er natürlich viel von ihm gehört hatte. Ich bin Mowgli, der Frosch, Menschenjunges nennt man mich, Folge meiner Fährte. Er gelte diese letzten Worte mitten in einem ungeheuren Sprung durch den leeren Raum. Chill nickte und flog auf und stieg, bis er nicht größer aussah als ein schwarzer Punkt. Dort beobachtete er mit seinen scharfen Augen das Wogen der Bäume. in denen Mowglis Begleiter dahin jagten. Weit geht ihre Reise nie, lachte Chill spöttisch. Sie vollenden nie, was sie begannen. Immer greifen sie nach etwas Neuem, diese Bandalok. Aber diesmal scheint mir, werden sie sich die Pfoten verbrennen. Denn mit Balou ist nicht zu spaßen und Bagheera kann mehr als Ziegen wirken, das weiß ich. So segelte er auf mächtigen Schwingen, die Fänge dicht an den Körper gezogen und wartete ab. Balou und Bagheera rasten unterdessen vor Wut und Kummer. Bagheera kletterte wie niemals zuvor, doch die dünnen Zweige brachen unter seiner Last und er glitt zur Erde, die Krallen voller Borke. Warum hast du Mowgli nicht gewarnt? brüllte er den armen Balou an, der immer noch hoffte, mit seinem plumpen Trabe die Affen einzuholen. Schnell, schnell nur, vielleicht erwischen wir sie noch, keuchte Balou. Mit deinem Zotteltrab könntest du nicht einmal eine angeschweißte Kuh erwischen. Wenn du noch eine Weile sofort wackelst, dann platzt dir am Ende der Bauch. Setze dich lieber hin und denke nach. Mache einen Plan. Hinterherlaufen hat keinen Sinn. Kann sein, sie lassen ihn fallen, wenn wir ihnen zu nahe kommen. Und die beiden unterbrachen ihre Verfolgungsjagd für's Erste. Urula! Uah! Vielleicht sind sie jetzt schon seiner müde geworden und haben ihn zur Erde geworfen. Wer kann den Bandalog trauen? Bedecke meinen Kopf mit toten Fledermäusen, gib mir alte Knochen zu fressen, rolle mich in die Waben der wilden Bienen, dass sie mich zu Tode stechen, und begrabe mich mit der Hyäne, denn ich bin der elendste aller Bären. Urula! Urula! Oh, Mowgli, Mowgli, warum habe ich dich nicht vor dem Affenvolke gewarnt? Verzweifelt schlug sich Balu die Pranken gegen die Ohren, rollte hin und her und stöhnte jämmerlich. Ach was! Er hat mir noch vor kurzem alle Meistersprüche richtig hergesagt, knurrte Bagheera ungeduldig. Balu, erinnere dich daran, was du dir selbst schuldig bist. Hast du denn alle Selbstachtung verloren? Was würde der Dschungel dazu sagen, wollte ich, der schwarze Panther, mich wie Icky das Stachelschwein zusammenrollen und heulen? Was interessiert mich der Dschungel? Ach, Mowgli, mein Frosch! Vielleicht ist er schon jetzt! Mir ist nicht weiter der Bange um das Menschenjunge, sofern sie ihn nicht etwa rein zum Spaß fallen lassen oder ihn aus Langeweile piesacken, weil sie nichts Gescheiteres zu tun wissen. Mowgli ist klug und gewandt und vor allem hat er Augen, vor denen die Dschungelvölker zittern. Eines nur ist schlimm, die Bandalok haben ihn in ihrer Gewalt und sie fürchten unsere Völker nicht, weil sie in den Bäumen leben. Bagheera leckte gedankenvoll seine Vorderpfote. Ach, ein Narr bin ich, ein fetter, brauner, wurzelfressender Narr, rief Balou und setzte sich aufrecht. Wahr ist, was Hattie sagte, der wilde Elefant. Niemand ist ohne Feind und sie, die Bandalok, fürchten K, die Riesenschlange. K klettert so gut wie sie. Er raubte des Nachts ihre Jungen, beim bloßen Klange seines Namens erschauern sie. Komm, wir müssen zu K. Was wird er viel für uns tun? Er gehört nicht zu unserer Sippe, da er fußlos ist und den bösen Blick hat er, meinte Bagheera. Sehr alt ist er und sehr verschlagen und vor allem hat er ewig Hunger, antwortete Balou hoffnungsvoll. Versprich ihm recht viele Ziegen. Einen ganzen Monat lang liegt er und schläft, hat er sich einmal vollgefressen. Vielleicht hält er gerade jetzt seinen Schlaf, aber selbst angenommen, dass er wach ist, meinst du nicht, er würde es am Ende vorziehen, sich seine Ziegen selbst zu holen? Bagheera, der nur wenig von K wusste, war misstrauisch. In diesem Falle könnten zwei alte Jäger wie wir ihn vielleicht auf eine gute Fährte bringen. Hier rieb Balou seine verblichene, braune Schulter gegen den Panther und beide machten sich auf den Weg zu K, dem Felsenpython. Sie fanden ihn auf einem warmen Hang in der Mittagssonne ausgestreckt liegen, sein neues, schmuckes Kleid bewundernd. Denn die letzten zehn Tage hatte er in Zurückgezogenheit gelebt und seine Haut gewechselt. Nun erstrahlte er in neuem Glanz, schob seinen stumpfnasigen, langen Leib in fantastischen Kreisen, Knoten und Verschlingungen und leckte die Lippen mit der gespaltenen Zunge in Erwartung der kommenden Mahlzeit. Er hat noch nicht gefressen, grunzte Balou erleichtert, sobald er das prächtige braun und gelb gesprengelte Kleid sah. Sei vorsichtig, Bagheera, er ist immer ein wenig blind nach dem Häuten und stets bereit, auf bloßen Verdacht hinzuzustoßen. K. war keine Giftschlange, vielmehr verachtete er die Giftschlangen als feige Brut. Seine Stärke lag in dem ungeheuren Körper, mit dem er sein Opfer umklammerte. Wer einmal in diese Umzingelung geriet, nun über den war nicht mehr viel zu berichten. »Gute Jagd!« rief Balou und ließ sich in sicherer Entfernung auf die Hinterbeine nieder. K. war wie alle Schlangen seines Stammes etwas taub und hörte zuerst den Jagdgruß nicht. Dann aber rollte er sich blitzschnell zusammen, den Kopf gesenkt zum Kampf bereit. »Ssss! Wer ist's?« zischte er. »Ah, Balou, was bringt dich hierher? Jagd heil, Bagheera! Gute Jagd uns allen! Eins weiß ich, ssss! Zumindest einer von uns dreien ist hungrig, ist wild in der Nähe, ein Rehlein vielleicht oder auch ein junger Bock, sagt schnell, leer und hohl bin ich wie ein ausgetrockneter Brunnen. Wir sind auf der Pirsch, meinte Balu leicht hin, er wusste, es lohnte sich nicht, K. zu drängen, K. war zu stark. So, so, erlaubt, dass ich mit euch komme, sagte K. Ein Schlag mehr oder weniger macht dir nichts aus, Bagheera oder Balu, aber ich, ich muss Tage und Monate lang auf der Lauer liegen und muss eine halbe Nacht lang herumklettern, um bei gutem Glück einen jungen Affen zu erhaschen. Die Äste sind heutzutage nicht mehr, was sie in meiner Jugend waren. Dürres Zeug, trockene Stängel überall. Vielleicht liegt das auch ein wenig an deinem großen Gewicht, meinte Balu. Es lässt sich nicht leugnen, ich habe eine stattliche Länge, antwortete K. ein wenig stolz. Dennoch, glaube ich, liegt es im Grunde an dem neu gewachsenen Holz. Als ich das letzte Mal jagte, war ich nah daran zu fallen, sehr, sehr nahe daran. Mein Schwanz war nicht fest verankert am Stamm, und als ich rutschte und glitt, scheuchte der Lärm die Banda log hoch, und mit den gemeinsten Worten hat es mich geschmäht, das Affengesindel. Fußloser gelber Regenwurm, schnurrte Bagheera in die Borsten seines Bartes, als ob er versuche, sich zu erinnern. »Haben Sie mich so genannt?«, zischte K. Fußloser gelber Regenwurm oder so ähnlich. So riefen sie beim letzten Vollmond zu uns herab, aber wir schenkten ihnen keine Beachtung. Allerlei schwatzten sie, die Banda log, sie sagten sogar, dass du zahnlos seist, großer K, und dich daher höchstens an ein schwaches Zicklein heranwachst, weil du, wirklich, diese Banda log sind unglaublich frech und schamlos, weil du Angst hättest vor den Hörnern des Box. Bagheeras Stimme klang wie süßer Honig. Eine Schlange, besonders ein würdiger alter Python, lässt sich selten den Ärger anmerken, doch diesmal konnten Baloo und Bagheera sehen, wie die großen Schlingmuskeln an beiden Seiten von Kasrachen auf- und abwogten. »Die Banda log haben sich auf die Wanderschaft gemacht«, sagte er mit erzwungen ruhiger Stimme. »Als ich mich heute in die Sonne legte, hörte ich sie in den Baumwipfeln lärmen.« »Den Banda log spüren wir jetzt gerade nach«, sagte Baloo. »Das muss allerdings etwas Außergewöhnliches sein, dass zwei so große Jäger, Führer im Dschungel ohne Frage, auf die Fährte der Banda log treibt«, antwortete K höflich, der aber vor Neugier fast platzte. Bagheera ließ die Katze aus dem Sack. »Höre, K, jene Nussknacker und Taugenichtze haben unser Menschenjunges gestohlen, von dem du wohl schon gehört hast.« »Ja, ich habe etwas Leuten hören von einem Menschenjungen, das sie in einem Wolfsrudel aufnahmen.« »Ein so prächtiges Menschenjunges hat es noch nie gegeben«, sagte Baloo. »Es ist das beste und klügste und mutigste von allen Menschenjungen, mein eigener Zögling, der Balous Namen berühmt machen wird, in den Dschungeln weit und breit und breit. Und im Übrigen, liebe ich, leben wir ihn, K.« »Zzzz«, machte K, den Kopf hin und her wiegend. »Auch ich habe einmal gewusst, was Liebe ist.« »Zzzz«, ich könnte euch Geschichten erzählen.« »Ein andern Mal. Mit leerem Magen vermögen wir nicht, sie genügend zu würdigen«, sagte Bagheera schnell. »Unser Menschenjunges ist jetzt in den Händen der Banda log. Wir wissen aber, dass sie von allen Wesen im Dschungel nur K. fürchten.« »Ja, nur mich fürchten sie und haben guten Grund«, sagte K. »Wahrhaftig, dieses Menschending ist nicht zu beneiden. Und sie haben mich, äh, was war das noch gleich? Gelber Fisch genannt, nicht wahr?« »Wurm. Regenwurm. Gelber Regenwurm.« »Wurm«, verbesserte Bagheera. »Und noch vieles andere sagten sie, was man sich schämen muss zu wiederholen.« »Nun gut, wir müssen ihnen einen Denkzettel geben, sodass sie in Zukunft von ihrem Herrn und Meister mit Achtung reden. Ah, wir müssen ihrem Gedächtnis etwas nachhelfen. Wohin, sagst du, haben sie das Junge verschleppt?« »Der Dschungel allein weiß es, gegen Sonnenuntergang, glaube ich«, erwiderte Balou. »Wir dachten, du könntest uns Auskunft geben, K.« »Ich? Wieso? Ich verspeise sie, wenn sie mir in den Weg kommen, aber ich schleiche ihnen nicht nach, diesen Bandalog, diesen Kaulquappen, dieser übel riechenden Sumpfpest.« »Hoch! Hoch! 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 Hilo! Ilo! Ilo! Sieh doch! Balou vom Sionirudel!« Balou wandte den Blick aufwärts, um auszumachen, woher die Stimme kam, und dort oben schoss Jill, der Geier, vom Himmel herab und seine Schwingen flammten im Abendlicht. Es war schon fast die Stunde für Jill, zur Ruhe zu gehen, aber weit war er gesegelt überm Dschungel und hatte den Bären lange vergeblich im Dickicht gesucht. »Was er bat mich, euch Botschaft zu bringen. Ich folgte ihnen. Sie haben ihn zur Affenstadt geschleppt, auf der anderen Seite des Flusses. Vielleicht bleiben sie dort eine Nacht oder zehn Nächte oder auch nur eine Stunde. Ich habe den Fledermäusen aufgetragen, während der Dunkelheit Wache zu halten. Das ist alles. Jagd heil euch allen dort unten!« »Vollen Magen und guten Schlaf wünsche ich dir, chill«, rief Bagheera. »Ich werde deiner Gedenken bei nächster Jagd und den Kopf ganz allein für dich zurücklegen, du bester aller Geier!« »Keine Ursache! Durchaus keine Ursache! Das Menschending wusste das Meisterwort! Ich tat nur meine Pflicht!« Und chill kreiste empor, hin zum felsigen Horst. »Das lobe ich mir«, lachte Balou stolz. »Er hat den Kopf nicht verloren, der Prachtkerl! So jung er ist, hat er das Vogelwort nicht vergessen und dabei noch auf der wilden Jagd durch die Baumwipfel!« »Nachdrücklich genug ist es ihm eingetrichtert worden«, knurrte Bagheera. »Aber stolz bin ich auf ihn.« »Und nun fort, so schnell wie möglich, zur Affenstadt!« Alle wussten von diesem Ort, doch nur wenige Dschungelleute waren jemals dort gewesen, denn Cold Lairs, wie sie es nannten, war eine alte, verlassene Stadt, verfallen und halb begraben unter dem Dschungel und zumeist meiden Tiere der Wildnis den Ort, wo Menschen hausten. Nur das Wildschwein liebte es, in den Ruinen herumzuwühlen. Außerdem lebten die Affen dort, soweit man bei ihnen überhaupt von einem Wohnort sprechen konnte, und kein Tier, das Selbstachtung besaß, kam diesem verachteten Platz nahe. Nur in Zeiten der Dürre schlichen sie unwillig herbei, wenn sich in den verfallenen Zisternen noch ein wenig fauliges Wasser gehalten hatte. »Eine halbe Nacht brauchen wir dorthin, wenn wir auch noch so eilen«, sagte Bagheera, und Balou machte ein ernstes Gesicht. »Ich werde traben, was ich kann«, meinte er bekümmert. »Wir können nicht auf dich warten, Balou. Du musst nachkommen, wir müssen fort, so schnell wir laufen können, K. und ich.« »Was? Laufen«, spottete K. »Habe ich auch keine Füße, so nehme ich's in der Schnelligkeit noch mit euch allen auf.« Und damit machten sie sich auf den Weg. Das Affenvolk vergaß ganz, dass Mowgli mächtige Freunde besaß. Sie hatten den Knaben in die verlorene Stadt geschleift und waren nun für den Augenblick sehr mit sich zufrieden. Mowgli hatte noch nie vorher eine indische Stadt gesehen, und wenn ringsum auch nur Schutt und Trümmer waren, schien ihm doch alles herrlich und wunderbar. Irgendein König hatte die Stadt vor langer Zeit auf einem Hügel erbaut. Man sah noch die Spuren der mit Steinen gepflasterten Straßen, die bergan zu zerfallenen Toren führten, wo letzte Splitter morschenholzes in rostigen Angeln hingen. Bäume waren aus den Ruinen emporgewachsen, die Wehrgänge waren eingestürzt und Schlingpflanzen hingen in dichten Büscheln aus den hohen Fenstern der Wachtürme. Den Hügel krönte ein weiträumiger Palast ohne Dach. Der Marmor der Höfe und Brunnen war gebrochen und von grünlichem Moos überdeckt, und selbst die schweren Steinplatten im Elefantenhof des Königs waren von Gräsern gespalten, von jungen Bäumen in Stücke gesprengt. Von der Höhe des Palastes aus blickte man auf Reihen über Reihen dachloser Häuser. Sie bildeten einstmals die Stadt, jetzt aber lagen sie schweigend in Trümmern und sahen aus wie leere Bienenstücke, von Dunkelheit erfüllt. Obwohl Mowgli jedes Glied am Körper schmerzte, ob schon er müde und hungrig war, musste er doch laut auflachen, als die Banda log, zwanzig auf einmal, begannen ihm vorzupredigen, was für ein weises, großes, gutherziges Volk sie wären. Wir sind mächtig, wir sind frei, wir sind schlechthin großartig, wir sind das herrlichste Volk im ganzen Dschungel. Wir alle sagen es und deshalb muss es wahr sein. Und da du ein Neuling bist und unsere Botschaft den Dschungelleuten überbringen kannst, auf das sie in Zukunft Achtung vor uns haben, so wollen wir dir alles genau vermelden von unserem großen Volke. Mowgli entgegnete nichts. Und die Affen umschwärmten ihn zu Hunderten und sobald einer in der Rede innehielt, um Atem zu schöpfen, schrien sie alle zusammen. Sehr richtig, das ist ganz unsere Meinung. Mowgli nickte, blinzelte und sagte, ja, wenn sie ihn fragten. Aber ihm brummte der Kopf von dem schwirrenden Lärm. »Tabaki, der Schakal, muss die ganze Gesellschaft gebissen haben«, sagte er zu sich, »und nun sind sie alle verrückt geworden. Gewiss, das ist Tollwut! Wie gehen die denn niemals schlafen?« »Ach, eine Wolke schiebt sich jetzt vor den Mond. Wenn sie doch groß genug wäre, dass er ganz dunkel würde, dann könnte ich vielleicht versuchen, davon zu rennen. Ach, wie müde bin ich!« Die gleiche Wolke wurde auch von zwei guten Freunden beobachtet, die in dem verschütteten Wallgraben am Rande der Stadt auf der Lauer lagen. »Ich werde mich zur Westmauer aufmachen«, flüsterte K. »Von da kann ich rasch den Hang hinuntergleiten und leicht über sie herfallen. Bei mir wird es ihnen nicht gleich gelingen, sich zu Hunderten über mich zu werfen. Aber du, Bagheera!« »Ich weiß, wäre doch Balou nur erst hier. Aber es hilft nichts. Wir müssen tun, was sich eben tun lässt. Sobald die Wolke den Mond völlig verdeckt, springe ich auf die Terrasse. Anscheinend halten sie einen Rat über Mowgli. »Gute Jagd«, züngelte K. grimmig und glitt fort zur westlichen Mauer. Dieser Teil der alten Stadtumwallung war zufällig noch am besten erhalten, und es dauerte eine ganze Weile, bis K. eine geeignete Stelle fand, um an dem Mauerwerk emporzuklettern. Die Wolke verdeckte den Mond. Als Mowgli sich eben verwundert fragte, was das nächste Narrenstück der Affen sein werde, vernahm sein scharfes Ohr Bagheeras leichten Tritt auf der Terrasse. Der schwarze Panther war den Hügel fast geräuschlos hinaufgeschlichen, und nun stürzte er sich in den Knäuel der Affen, mit den mächtigen Tatzen rechts und links um sich schlagend, mit Kopf und Körper vorwärts stoßend, ohne mit Beißen die Zeit zu vergeuden. Die eitlen Redner hielten plötzlich inne, und ein Schrei des Entsetzens und der Wut durchdrang die Reihen, die sich in dichten Knäueln um Mowgli gelagert hatten. Da ertönte plötzlich eine Stimme. »Nur ein einziger ist es! Tötet ihn! Reißt ihn in Stücke!« Wie eine vom Sturm gepeitschte, zerreißende und sich wieder zusammenballende Wolke bedeckte eine schwarze Schar von Affen den sich rollenden Bagheera, beißend, kratzend, keuchend. Fünf oder sechs packten Mowgli, schleppten ihn auf die Mauer des Sommerhauses und stießen ihn durch das Loch des geborstenen Dachgewölbes. Ein unter Menschen groß gewordener Knabe hätte sich bei dem Falle wohl schwer verletzt, denn die Höhe betrug mehr als fünfzehn Meter. Mowgli jedoch fiel kunstgerecht auf seine Füße, wie es ihn Balou gelehrt hatte. »Dort bleibe, bis wir deine Freunde zerrissen haben!« brüllten die Affen. »Später spielen wir wieder mit dir! Das heißt, wenn die Giftvölker dich am Leben lassen!« »Wir sind vom gleichen Blute, du und ich!« rief Mowgli schnell, den Schlangenruf gebend. Rings um sich hörte er rasseln, klappern und zischen, und schnell wiederholte er den Spruch ein zweites Mal, um ganz sicher zu gehen. »In Ordnung! Nieder alle Hauben!« zischte ein halbes Dutzend Stimmen. »Rege dich nicht, kleiner Bruder, damit du uns nicht verletzt mit deinen Füßen!« Mowgli hielt sich reglos auf seinem Platze. Er lugte durch die Öffnungen in der Mauer und lauschte auf das wilde Getöse des Kampfes, der um den schwarzen Panther wogte. Das Gällen, Heulen und Keifen, dazwischen Bagheeras tiefes, heiseres Röhren, als er rückwärts drückte, sich wand, taumelte und verschwand unter dem Haufen der Feinde. Zum ersten Mal seit seiner Geburt kämpfte Bagheera um sein Leben. »Bagheera würde nicht allein gekommen sein«, dachte Mowgli, und dann rief er mit lauter Stimme, »Zum Wasser, Bagheera! Rolle dich ins Wasserbecken! Rolle dich und tauche zum Wasser!« Bagheera hörte, und die Gewissheit, dass Mowgli in Sicherheit war, gab ihm neuen Mut. Mit der Kraft eines Verzweifelten bahnte er sich Schritt für Schritt den Weg zur Zisterne hin. Da tönte von den Mauertrümmern zunächst der dumpfe Kampfesruf Balous. »Bagheera«, schrie er keuchend, »hier bin ich! Halte nur aus! Jetzt klettere ich über die Mauer! Ich werde gleich bei dir sein! Aua!« »Die Steine zerbröckeln mir unter den Füßen! Warte nur, bis ich über euch komme, ihr dreimal verfluchten Bandalog!« Er keuchte mühsam die Terrasse hinauf, aber kaum hatte er sich gezeigt, als er in einer Wolke schrill heulender Affen verschwand. Er setzte sich auf die Hinterbeine und umfasste mit den Vorderpranken so viel seiner Angreifer, als er nur halten konnte. Mit grimmiger Zärtlichkeit drückte er sie an sein Herz, bis sie zu Boden sanken, und dann schlug er zu. »Patsch! Patsch! Patsch!« Gleich dem schlapfenden Schlag eines Raddampfers. »Ah!« Ein lautes Platschen im Wasser verkündete, dass Bagheera sich seinen Weg zur Zisterne durchgefochten hatte, wohin ihm die Affen nicht folgen konnten. Der Panther lag, nach Atem ringend, nur mit dem Kopf war ein wenig aus dem Wasser ragend, während die Affen sich am Rande drängten und in ohnmächtiger Wut hin und her tanzten. Das keuchende Brummen des alten Bären drang zu ihm. Doch was konnte er tun? Da lag er im Wasser, unfähig, dem Freund Balou zu helfen. Bei diesem Gedanken heulte er fast unbewusst den Hilferuf der Schlangen hinaus in die Nacht, denn er fürchtete, dass K. im letzten Augenblicke sich davon gemacht habe. »Wir sind vom gleichen Blute, du und ich!« Ein Hilferuf vom Schwarzen Panther. Obwohl Balou unter der Wucht der Affen fast erstickte, lachte er dennoch laut auf. »Er hat sich's gemerkt«, dachte er, »der Schwarze Panther hat etwas von meinem Menschenjungen gelernt«, und »patsch«, flogen die Affen mit seinen Tatzenhieben. K. war es eben erst gelungen, die westliche Mauer zu erklimmen. Es war eine schwere Arbeit, denn die Steine gaben unter seinem Gewicht nach und rollten lautpolternd zu Boden. Nun aber war keine Minute mehr zu verlieren. Er ringelte sich und wandte sich und schlug ungeheure Reifen, um zu sehen, ob auch jeder Zoll seines mächtigen Körpers biegsam und geschmeidig wäre. Unterdessen tobte der Kampf mit Balou weiter, und die Affen an der Zisterne schrien gellend gegen Bagheera an. Mang, die Fledermaus, schwirrte hin und her über den schlafenden Dschungel, kundebringend von der großen Schlacht mit den Affen, bis zuletzt Hati, der wilde Elefant, erregt zu Trompeten begann und verstreute Gruppen der Affenvölker hochkamen und von weit her die Baumstraßen hastend durchliefen, um den Freunden und Brüdern zu helfen. Selbst die Tagesvögel flatterten unruhig auf den Ästen. Und nun kam K. eilig und hungrig. Die Kampfesstärke einer Pythonschlange liegt in der furchtbaren Stoßkraft des Kopfes. Denkt euch, ein Sturmbock, wie er früher zum Brechen der Stadtmauern benutzt wurde, oder ein Schmiedehammer, dann könnt ihr euch ungefähr eine Vorstellung von K., dem Kämpfenden machen. Er war gut zehn Meter lang, und eine nur ein oder zwei Meter große Pythonschlange vermag schon einen ausgewachsenen Mann niederzustoßen. Den ersten Stoß richtete K. gegen die Mitte der dichten Masse um Balou. Es war ein Stoß mit geschlossenem Munde, in tiefstem Schweigen, und kein Zweiter war nötig. Entsetzen, packte die Affen, und mit dem Schrei, K., es ist K., fort, fort, flohen sie davon wie Frösche vor dem Reiher. K. war der Inbegriff allem, was die Affen im Dschungel fürchteten. Denn kein Wesen kannte die Grenzen seiner Macht. Niemand vermochte ihm in die stechenden Augen zu sehen. Und so flüchteten die Affen, so schnell die zitternden Füße sie tragen konnten, auf die Mauern und Becher der Häuser. Balou atmete erlöst auf. Sein Fell war viel dicker als Bagheeras aber, dennoch hatte er Haare gelassen im Kampf. Und jetzt öffnete K. zum ersten Mal den Rachen und stieß ein einziges langes, zischendes Wort hervor, und die Affen, die von weit her aus dem Dschungel zur Stadt herbeieilten, hielten plötzlich an und drängten sich bebend dicht zusammen, bis das beladene Geäst sich knackend bog unter der Last. Die Affen auf den Mauern und Häuserruinen verstummten, und in der Grabesstille, die plötzlich über der Stadt lag, hörte Mogli, wie Bagheera triefend und sich schüttelnd, dem Wasserbecken entstieg. Dann begann das Geheul von Neuem. Die Affen sprangen bis zu den höchsten Spitzen der Trümmer. Sie umklammerten wie Hilfesuchend die großen Steingötzen und irrten ziellos zwischen den Mauerresten umher. Mogli im Sommerhause tanzte vor Freude, sah durch das marmorne Netzwerk und heulte wie eine Eule, um den Affen seine Verachtung zu zeigen. Hol Mogli dort aus der Falle, ich kann mich kaum noch rühren, ächzte Bagheera, und dann lass uns machen, dass wir fortkommen, sie greifen vielleicht wieder an. Keiner wird sich regen ohne meinen Willen, verharrt, rührt euch nicht, keinen Mucks, zischte K. und wieder lag Grabesstille über der Stadt. Ich konnte nicht früher kommen, Bruder, aber mir war es, als ob ich deinen Hilferuf hörte. Das galt Bagheera. Äh, mein, was, ich, ja, es wird wohl mein Kampfschrei gewesen sein. Übrigens, Balou, wie bist du davon gekommen? Mir scheint, sie haben mich in hundert kleine Beeren zerreißen wollen, brummte Balou, sich die Beine leckend eins nach dem anderen. Uff, zerschunden bin ich am ganzen Körper. Ka, ich glaube, wir schulden dir unser Leben, Bagheera und ich. Hat nichts zu sagen, nicht der Rede wert. Wo ist das Menschenjunge? Hier, in einer Falle, ich kann nicht heraus, rief Mowgli. Die Wölbung des herabgefallenen Daches versperrte ihm den Ausgang. Hole ihn heraus, so schnell wie möglich, er tanzt umher wie Moa, der Pfau, er wird unsere Jungen unzertreten, riefen die Kobras. Ha, kicherte Ka, er hat überall Freunde, dieser Mowgli. Tritt zurück, kleiner Mensch, und ihr, Giftvölker, versteckt euch mit euren Jungen. Ich lege die Mauer um. Ka prüfte die Seitenwand sorgfältig, bis er einen wettergeschwärzten Riss fand, der eine schwache Stelle verriet. Ka schlug zwei- oder dreimal mit dem Kopfe leicht gegen die Wand, um die Stärke zu prüfen, dann hob er zwei Meter seines Körpers senkrecht in die Höhe und schnellte den Kopf wie einen Schmiedehammer gegen den Stein. Einmal, zweimal, dreimal, immer gerade mit der Nase voran. Das Gestein dröhnte, ächzte, bröckelte und fiel dann krachend und eine Staubwolke aufwirbelnd zusammen. Mowgli sprang durch die Öffnung hervor, stürzte sich zwischen Baloo und Bagheera und schlang seine Arme um je einen mächtigen Nacken seiner Freunde. Bist du verletzt? fragte Baloo, ihn zärtlich betastend. Hungrig bin ich und zerschunden, aber oh, wie schlimm haben sie euch zugerichtet, meine Brüder, ihr blutet ja beide. Nichts, alles nichts, wenn nur du mit heiler Haut davon gekommen bist. Oh, mein bester kleiner Honigfrosch, grunzte Baloo. Nun, darüber werden wir später noch ein Wort zu sprechen haben, meinte Bagheera in einem Tone, bei dem es Mowgli etwas unbehaglich wurde. Aber hier ist K., dem wir den Sieg verdanken und dem du, Mowgli, dein Leben schuldest. Erstatte ihm Dank nach unserer Sitte. Mowgli wandte sich um und sah den Kopf des Pythons einen Fuß über dem Seinen hin- und herschwingen. »Also, das ist der Mannling«, sprach K., »sehr weich ist seine Haut, und er hat mit den Bandalog recht viel Ähnlichkeit. Sieh dich vor, kleiner Mann, dass ich dich nicht für einen Affen halte im Zwielicht, wenn ich die Haut gewechselt habe.« »Wir sind vom gleichen Blute, du und ich«, antwortete Mowgli, »du hast mich gerettet heute Nacht, und es gehört dir alles, was ich in Zukunft erlege, wenn du hungrig bist, K.« »Sehr verbunden, kleiner Bruder«, sagte K. mit ernsthaftem Gesichte, wenn er auch mit den Augen blinzelte. »Und was erlegt denn so ein kühner Jäger? Ich frage nur, damit ich auf deiner nächsten Pirsch deinen Spuren folgen kann. Ich töte nichts, jetzt noch nicht, ich bin noch zu klein, aber wenn ich jage, treibe ich meinen Freunden wilde Ziegen zu. Darauf verstehe ich mich vortrefflich. Wenn du hungrig bist, komm nur getrost zu mir und überzeuge dich, ob ich die Wahrheit spreche. Flink und geschickt »Bin ich mit diesen hier«, er zeigte seine Hände. »Und wenn du je in eine Falle gerätst, dann kann ich dir vielleicht die Schuld zurückbezahlen, dir und Bagheera und Baloo, denn ihr alle habt ja für mich gekämpft. Große Jagd euch allen, meine Lehrmeister!« »Wohlgesprochen«, brummte Baloo, denn Mowgli hatte seinen Dank recht hübsch abgestattet. K. ließ seinen Kopf ein paar Fußlängen herab und legte ihn leicht auf Mowglis Schulter. »Hast ein braves Herz«, Mannling, zischte er, »und eine höfliche Zunge. Damit wirst du weit kommen im Dschungel. Aber nun geh schnell fort von hier mit deinen Freunden. Geh und leg dich schlafen, denn der Mond geht unter.« »Nun, nun«, schnurrte Bagheera, »auf meinen Rücken, kleiner Bruder, wir wollen nach Hause.« Mowgli legte den Kopf auf Bagheeras weichen Rücken und schlief so fest, dass er nicht einmal aufwachte, als man ihn in der Höhle seiner Wolfseltern niederlegte. Und nun zurück zur ersten Geschichte. »Das Dschungelbuch«, »Tiger, Tiger«. »Als Bogli nach dem Kampf mit dem Rudel am Ratsfelsen die Höhle seiner Wolfseltern verließ, wusste er wohl, dass er sich manchen Feind geschaffen hatte. Er wollte deshalb nicht in der Nähe des Dschungels bleiben und lief in gleichmäßigem Wolfstrabe mindestens 30 Kilometer talabwärts, den bebauten Feldern der Menschen zu, bis er in eine ihm unbekannte Gegend kam. Vor ihm öffnete sich eine große Ebene, die mit Felsblöcken übersät und von tiefen Einschnitten durchfurcht war. An dem einen Ende stand ein kleines Dorf, an dem anderen drang der Dschungel bis dicht zu den Weidegründen vor und hörte dann plötzlich wie abgeschnitten auf. Auf den grünen Wiesen grasten friedlich Rinder und Büffel. Sobald aber die kleinen Jungen, welche die Herde hüteten, Mogli erblickten, rannten sie schreiend davon, und die gelben, herrenlosen Hunde, die um jedes indische Dorf herumlungern, erhoben wütendes Gekläff. Mogli trabte weiter, denn er war hungrig, und als er zum Dorfgatter kam, sah er, dass das dichte Dorngeflecht, mit dem der Dorfeingang beim Einbruch der Dämmerung verschlossen wurde, zur Seite gesetzt war. Uff, stieß Mogli hervor, auch hier fürchtet der Mensch die Völker des Dschungels. Denn oft war er auf seinen nächtlichen Streifzügen nach Nahrung auf solche Schutzzäune gestoßen. Er hockte am Tor nieder, und als ein Mann herauskam, stand er auf, öffnete den Mund und zeigte mit dem Finger hinein, um anzudeuten, dass er essen wolle. Der Mann starrte ihn an, lief fort und schrie laut nach dem Priester. Der Priester, ein dicker Mann im weißen Gewand mit einem rot-gelben Zeichen auf der Stirne, kam an der Spitze eines Haufens von mindestens hundert Leuten herbei. Sie alle gafften Mogli an, schwatzten und riefen und deuteten mit den Fingern auf ihn. Sie haben keine Lebensart, diese Menschenvölker, dachte sich Mogli. Nur die grauen Affen benehmen sich so. Er warf seine langen Haare trotzig zurück und starrte düster die Menge an. Wovor fürchtet ihr euch denn? fragte der Priester. Seht doch die Narben an seinen Armen und Beinen, das sind Wolfsbisse, ein Wolfskind ist es, dem Dschungel entlaufen, nichts weiter. Beim Spielen hatten die jungen Wölfe natürlich manchmal härter zugebissen, als es in ihrer Absicht lag und so waren seine Arme und Beine mit weißen Narben bedeckt. Mogli aber wäre es niemals eingefallen, solche Zärtlichkeiten Bisse zu nennen, denn er wusste viel zu gut, was richtiges Beißen war. Arre, arre, riefen die Frauen mitleidig, von Wölfen zerbissen, das arme Kind, ein hübscher Bursche ist er, hat Augen wie glühendes Feuer. Wahrhaftig, Missur, sieht er nicht deinem Sohn ähnlich, den der Tiger damals davon schleppte? »Lasst sehen«, sagte eine Frau mit schweren Kupferringen an Armen und Fußgelenken. Sie drängte sich vor, schützte die Augen mit den Händen und betrachtete Mogli aufmerksam. »Oh nein«, sagte sie, »er ist viel dünner, aber wirklich, es ist wahr, im Gesicht sieht er ihm ganz ähnlich.« Der Priester war ein kluger Mann und Missur die Frau des reichsten Bauern im Dorfe. So blickte er denn gen Himmel auf und sprach mit feierlicher Stimme. »Was der Dschungel nahm, gab der Dschungel zurück. Nimm den Knaben in dein Haus, meine Schwester.« Beim Bullen, für den Bagheera mich kaufte, dachte Mogli, dieses Schwatzen und Anstarren kommt mir ganz so vor wie die Aufnahme im Rudel. Oho, es kann nichts helfen. Wenn ich nur einmal ein Mensch bin, so muss ich einer bleiben. Die Frau deutete Mogli durch Zeichen an, ihr zu folgen, und die braune, schwatzende Menge begleitete sie bis zu einem alleinstehenden, niedrigen Haus im Dorf. Als Mogli argwöhnisch eingetreten war, sah er allerlei merkwürdige Gegenstände. Da stand ein großer Kasten, mit bunten Farben bemalt, das war das Bett, und zur Seite ein rundes Gefäß, ein großer Tonbehälter, in dem Getreide aufbewahrt wurde, und Mogli erstaunte, als er an den Seiten des Tonkrugs kleine Kühe und Bäume eingepresst sah, die sich nicht bewegten und kein Lebenszeichen von sich gaben. Aber vor allem schien Mogli ein Stück Glas unerklärlich, in dem man seine eigenen Ohren und Augen, sein Gesicht und seinen ganzen Körper sehen konnte, viel besser als in irgendeinem Teich. Messua gab ihm Milch, und Mogli trank in langen, durstigen Zügen. Dann gab sie ihm weiches, schönes Brot, und während er aß, sah sie ihm tief in die Augen. Sie seufzte, denn sie wollte gern Gewissheit haben, ob er auch wirklich ihr Sohn sei, den der Tiger fortgeschleppt hatte und der nun aus dem Dschungel zurückkäme. Sie legte die Hand auf seine Schulter und sagte, »Natu, o mein Natu!« Mogli zeigte durch nichts, dass er den Namen kenne. »Erinnerst du dich nicht an die neuen Schuhe, die ich dir gab eines Morgens?« Sie befühlte seinen Fuß und fand ihn fest und hart wie Horn. »Nein«, meinte sie betrübt, »diese Füße haben niemals Schuhe getragen. Aber sehr gleichst du meinem Natu, und du sollst nun mein Sohn sein.« Mogli fühlte sich sehr unbehaglich, denn er hatte noch nie ein Dach über sich gehabt. Ein Blick auf die schwachen Dachsparen lehrte ihn, dass er jederzeit dorthin durch könnte, wenn er entweichen wollte, und auch die Fenster der Hütte waren unverwahrt und nicht verriegelt. »Was nützt es mir denn, Mensch zu sein, wenn ich die Menschensprache nicht verstehe?« sagte er zu sich. »Ich bin hier so dumm und stumm, wie ein Mensch sein würde unter uns im Dschungel. Ich muss ihre Sprache erlernen.« Er hatte nicht umsonst gelernt, den Lockruf der Hirsche und das Grunzen der kleinen Wildschweine nachzuahmen. Sobald Messua ein Wort aussprach, wiederholte Mogli es mit wunderbarer Genauigkeit, und ehe der Abend herbeikam, wusste er bereits den Namen vieler Gegenstände in der Hütte. Als die Schlafenszeit nahte, stellte sich eine neue Schwierigkeit ein, denn Mogli war durch nichts zu bewegen, in der Hütte zu schlafen, die einer Pantherfalle allzu ähnlich sah. »Lass ihm seinen Willen«, sagte Messuas Mann, »bedenke, er hat wohl noch nie in einem Bett geschlafen. Wenn er uns wirklich anstelle unseres Sohnes gesandt wurde, so wird er schon nicht weglaufen.« Und so kam es, dass Mogli sich gemächlich im weichen, grünen Gras am Rande des Feldes ausstreckte. Als er gerade müde seine Augen geschlossen hatte, fühlte er am Kinn den sanften Stoß einer kalten, feuchten Nase. »Puh«, maunzte Graubruder, er war der Älteste von Mutterwolfskindern. »Eine schlechte Belohnung für die dreißig Kilometer, die ich deinetwegen gelaufen bin. Abscheulich, du riechst schon ganz wie ein Mensch nach Rauch und Herdenvieh. Wache auf, kleiner Bruder, ich bringe Neues vom Dschungel.« »Sind alle wohl auf?«, fragte Mogli ihn liebevoll sausend. »Alle, nur die Wölfe sind vergrämt, deren Fell du mit der roten Blume senktest. Nun höre, Schirkan ist auf und davon, in fernen Gründen will er jagen, bis sein Fell wieder heil ist, dass du ihm nicht schlecht verbrannt hast. Aber er hat geschworen, wenn er wieder zurück ist, will er deine Knochen in den Weingunga werfen.« »Auch ich habe einen Schwur getan, doch davon später. Neuigkeiten sind immer willkommen. Sehr müde bin ich heute Nacht, die Augen fallen mir zu und der Kopf schwirrt mir von all den Dingen, die ich gesehen habe. Aber, Graubruder, du musst mir immer Nachricht bringen.« »Und wirst du dich auch immer daran erinnern, dass du ein Wolf bist? Wirst du uns nicht der Menschen wegen ganz und gar vergessen? Niemals! Ich werde dich immer lieb behalten, dich und alle in der Höhle. Aber ich werde auch niemals vergessen, dass man mich ausgestoßen hat aus dem Rudel.« »Jawohl, und dass sie dich vielleicht auch noch aus einem anderen Rudel ausstoßen werden. Menschen sind nur Menschen, kleiner Bruder, und ihr Geschwätz ist nicht mehr wert als das Gequake der Frösche im Teich. Wenn ich wieder herkomme, werde ich dich im Bambusdickicht erwarten, dort an der Grenze des Weidegrundes.« Nach dieser Nacht kam Mowgli drei Monate lang nicht vor das Dorftor, denn eifrig war er, Menschenart und Menschenbrauch zu erlernen. Zuallererst musste er sich daran gewöhnen, ein Tuch um die Hüften zu tragen, und das fiel ihm schwer. Und dann hatte er all die sonderbaren Worte der Menschen nachzuahmen und dabei Mund und Zunge ganz schrecklich zu verdrehen. Sobald er die Dinge, die man essen und trinken kann, auch aussprechen konnte, gab man ihm schmutzige Kupferstücke in die Hand und sagte, das sei Geld, und das müsse man über alles schätzen. Mowgli lachte und meinte, die Menschen seien fast ebenso wie die Banda log. Und dann führte man ihn hinaus auf das Feld und zeigte ihm, wie man die Erde aufreißt und den Samen hineinlegt. All dies schien ihm sehr sonderbar, und er begriff nicht, warum die Menschen sich mit alledem so plagten und mühten. Auch ärgerten ihn oft die Kinder im Dorf. Zum Glück hatte er im Dschungel gelernt, immer die Ruhe zu bewahren. Aber wenn sie ihn verspotteten und am Ende sogar höhnisch nachahmten, weil er einige Worte schlecht aussprach, dann konnte er sich kaum halten, sie zu packen und in Stücke zu reißen. Er wusste jedoch, dass ein rechter Jäger kleine nackte Jungen verschont, und er begnügte sich damit, den Kindern gelegentlich einen heillosen Schreck einzujagen, indem er die Zähne fletschte und sie anknurrte wie Bagheera der Panther. Von seiner Körperkraft ahnte er nichts. Im Dschungel unter den Tieren galt er als schwach, die Dorfleute aber sagten, er sei stark wie ein Stier. Der Dorfälteste wies den Knaben eines Tages an, ab sofort die Büffel zur Weide zu führen. Niemand war darüber glücklicher als Mogli. Am selben Abend durfte Mogli zum ersten Mal an der ehrwürdigen Versammlung teilnehmen, die regelmäßig auf einer Art Plattform unter dem großen Feigenbaum tagte und zu der er nun als angestellter Dorfhirt Zutritt hatte. Es war der Dorfclub, zu dem alle wichtigen Dorfbewohner gehörten. Der Dorfälteste, der Nachtwächter, der hagere Barbier, der alle Neuigkeiten im Dorf wusste, und der alte Buldeo, der Dorfjäger, der eine rostige Donnerbüchse sein Eigen nannte. Die alten Männer saßen und erzählten sich bis tief in die Nacht hinein wunderbare Geschichten von Göttern, Menschen und Geistern. Buldeo überbot alle mit seinen merkwürdigen Berichten von den wilden Tieren und ihrem Treiben im Dschungel. Er schilderte, erzählte und gestikulierte, bis den Kindern, die außerhalb des Kreises saßen, die Gänsehaut über den Rücken lief und bis ihre großen braunen Augen wie Mühlräder starrten. Die meisten Geschichten handelten von Tieren, denn der Dschungel rauschte ja Tag und Nacht vor den Häusern der Dorfbewohner. Der alte Dorfjäger erzählte gerade von dem Tiger, der Messuas Sohn vor Jahren fortgeschleppt hatte. Da fuhr Mowgli dazwischen. Sind alle eure Geschichten solch Nachteulengeschwätz und Affengerede? Oho! Ist das der Dschungelbalk, der nichtsnutzige Wolfssohn? fuhr Buldeo auf. Wenn du den Tiger besser kennst als ich, dann beschaff dir doch seine Haut, denn die Regierung hat hundert Rupien auf seinen Tod gesetzt. Oder noch besser, du hältst deinen Mund, wenn alte Männer reden. Mowgli stand auf. Den ganzen Abend habe ich hier gelegen und zugehört, sagte er im Fortgehen, und mit Außenarme von ein oder zwei Malen hat Buldeo nicht ein einziges wahres Wort über den Dschungel gesprochen, der ihm doch dicht vor der Tür ist. Wie kann ich all die anderen Gespenstergeschichten glauben von Geistern und Göttern und Kobolden, die er mit eigenen Augen gesehen haben will? Höchste Zeit, dass der Junge die Büffel hütet, meinte der Dorfälteste. Buldeo aber warf Mowgli giftige Blicke nach und zog zornschnaubend an seiner Wasserpfeife. In den meisten indischen Dörfern führen wenige Knaben die Rinder und Büffel am frühen Morgen zur Weide und bringen sie abends wieder zurück. Solange die Knaben bei den Herden bleiben, sind sie in Sicherheit, denn nicht einmal der Tiger wagte es, eine Rindvieherde anzugreifen. Aber wenn sie sich fortbewegen, um Blumen zu suchen oder Eidechsen zu fangen, werden sie manchmal von den wilden Tieren überfallen und in das Dickicht geschleppt. Am nächsten Morgen ritt Mowgli bei Sonnenaufgang stolz durch die Straßen des Dorfes. Er saß auf dem Rücken Ramas, des großen Leitstieres. Die schieferblauen Büffel mit ihren langen rückwärts gebogenen Hörnern und feurig-wilden Augen tauchten aus ihren Verschlägen auf, einer nach dem anderen, und folgten in langer Reihe. Mowgli machte es den Jungen von vornherein klar, dass er ihr Herr und Meister sei. Mit einem langen Bambusstock lenkte er die Tiere und befahl Kamya, einem der Hirten, mit den Rindern getrennt zu weiden, während Mowgli mit den Büffeln davonzog. Ein indischer Weideplatz ist oft mit Felsblöcken bestreut, die von dichtem Buschwerk und hohem Gras umgeben sind. Kleine Schluchten kreuzen sich und die Herden zerstreuen sich und sind verschwunden. Die Büffel ziehen gewöhnlich die kühlen, sumpfigen Stellen vor, wo sie sich oft stundenlang im warmen Schlick suhlen. Mowgli trieb sie bis zur Stelle, wo der Weigunga sich aus dem Dschungel in die Ebene ergoss. Er glitt von Ramas Rücken und trabte zum Bambusdickicht. »Ah, da bist du endlich«, rief Graubruder, der seinem Versprechen treu dort wartete. »Ich habe hier manchen Tag vergebens nach dir ausgeschaut. Du treibst Büffel? Was hat das zu bedeuten, Mowgli? Ich bin der Dorfhirt. Wie steht's mit Schirkan?« Er ist zurückgekommen und hat hier lange aufgelauert. Nun ist er wieder fort, denn das Wild beginnt hier knapp zu werden, aber er hat die feste Absicht, dich zu holen, sobald er kann. »Recht? Sobald er kann«, wiederholte Mowgli trocken. »Solange er fort ist, lass einen meiner vier Brüder hier auf dem Felsen sitzen, oder tue es selbst, damit ich euch sehen kann, wenn ich vom Dorfe herkomme. Sobald er aber zurückgekehrt ist, warte auf mich beim Darkbaum in der Mitte der Ebene. Ich möchte dem Lahmen nicht gerade in den Rachen laufen.« Darauf suchte sich Mowgli einen schattigen Platz und legte sich schlafen, während um ihn die Herde friedlich graste. Tag für Tag führte Mowgli die Herde zu ihrem Weideplatze, und stets sah er Graubruder als treue Schildwache auf seinem Posten sitzen. Shir Khan war somit noch nicht zurückgekommen, und Mowgli lauschte im Grase all dem wunderlichen Summen und Schwirren und träumte von den vergangenen Tagen im Dschungel. Da, eines Morgens, war Graubruder nicht an seinem Platze. Mowgli lachte und führte seine Büffel zur Schlucht bei dem Darkbaum, der über und über mit goldroten Blüten bedeckt war. Und richtig, dort saß Graubruder mit glühenden Augen und borstig gesträubtem Fell. »Er hat sich einen Monat lang versteckt gehalten, um dich irre zu führen«, sagte der Wolf. »Vergangene Nacht kreuzte der Tiger unser Revier.« »Shir Khan beabsichtigt dir heute Abend am Dorftore aufzulauern, dir allein. Er hat sich jetzt oben in der Schlucht des ausgetrockneten Weigunga-Arms versteckt und meint, dass ihn niemand gesehen habe.« »Hat er sich vollgefressen, oder ist er heute noch nicht auf Fang aus gewesen?«, fragte Mowgli hastig, denn die Antwort bedeutete für ihn Leben oder Tod. »In der Morgendämmerung riss er ein Schwein und hat es mit Haut und Haaren verschlungen. Dann hat er sich vollgesoffen. Du weißt, Shir Khan bringt es nicht über, sich zu fasten, selbst nicht, wenn er auf Rache aus ist.« »Der Narr! Vollgefressen hat er sich und vollgesoffen, und jetzt bildet er sich ein, dass ich warten werde, bis er sich ausgeschlafen hat. Sag, wo hat er sich verkrochen? Wären wir nur zu zehnt, wäre es die Gelegenheit, ihm das Fell über die Ohren zu ziehen. Meine Büffel greifen nicht an, ohne ihn vorher zu wittern, und ich verstehe nicht ihre Sprache. Können wir ihm in den Rücken kommen, sodass die Büffel seine Fährte wittern?« »Davor hat er sich geschützt,« sagte Graubruder. »Er ist den Weigunga-Fluss hinabgeschwommen, um seine Fährte zu verwischen.« Mowgli stand mit dem Finger im Mund und dachte nach. »Die große Weigunga-Schlucht mündet in die Ebene, kaum eine Meile von hier. Ich kann die Herde durch den Dschungel heimführen bis zum Eingang der Schlucht und dann von oben mit ihr niederbrausen. Aber er würde durch den unteren Ausgang entfliehen. Ich muss ihm den Weg versperren. Graubruder, könntest du mir die Herde teilen?« »Ich allein wohl kaum, aber ich habe mir einen weisen Helfer mitgebracht.« Graubruder trabte davon und verschwand in einer Höhle. Gleich darauf tauchte ein großer, grauer Kopf auf, den Mowgli wohl kannte, und durch die heiße Luft zitterte der schaurigste Schrei des Dschungels, das Klagegeheul eines hungrigen Wolfes auf der Mittagsjagd. »Akela! Akela!« jubelte Mowgli. »Ich hätte mir denken können, du würdest mich nicht vergessen. Große Jagd steht uns bevor. Teile mir die Herde, Akela! Treibe die Kühe mit den Kälbern zusammen und trenne sie von den Büffeln.« Die beiden Wölfe liefen, wie Schäferhunde im schottischen Hochland, hin und her zwischen die schnaubende, keilende Herde, bis sie in zwei Haufen getrennt war. Der eine bestand aus den Kühen, die ihre Kälber brüllend umringten, jeden Augenblick bereit, sich mit gesenkten Hörnern auf einen der Wölfe zu stürzen. Im anderen drängten sich die Stiere. Sie stampften die Erde und keuchten und rollten ihre großen Augen. Sie boten einen gewaltigen Anblick, waren aber weit weniger gefährlich als die Kühe, da sie keine Kälber zu schützen hatten. Sechs Männer hätten nicht vermocht, die Herde so gleichmäßig zu teilen. »Was nun?« keuchte Akela. »Sie suchen wieder zueinander zu kommen.« Mowgli sprang auf Ramas Rücken. »Vorwärts mit den Stieren, treibe sie nach links, Akela. Graubruder, halte du die Kühe zusammen, und wenn wir fort sind, jage sie zum unteren Ausgang der Schlucht.« »Wie weit?« schnappte Graubruder, dem der Schaum vor dem Mund stand. »Bis die Seitenwände so hoch sind, dass Schürkan nicht über sie hinweg kann. Dort lasse sie nicht vom Flecke, bis wir von oben herabkommen.« Und fort stürmten die Stiere zur Linken unter Akelas Gebell. Graubruder trabte an der vorderen Seite der Kühe entlang. Als sie sich auf ihn stürzen wollten, wich er geschickt rechts zur Seite und lenkte so seine Verfolger in die Richtung des unteren Endes der Schlucht. Dabei drang Akelas Jagdschrei von links herüber. »Rechts so! Noch einmal angehen, Akela, dann kommen die Tiere in Schwung. Aber Vorsicht, nicht zu nahe, sonst spießen sie dich auf die Hörner. Heiaho! Das ist bessere Jagd als Böcke treiben. Was die Kerle laufen können. Hast du das gewusst, Akela?« »Ich, ich, ich habe sie gejagt. Zu meiner Zeit«, keuchte Akela im hoch aufwirbelnden Staub. »Soll ich sie jetzt in den Dschungel hetzen?« »Ja, abdrehen, schnell, nur zu. Mein Rama ist schon ganz toll. Ach, könnte ich ihm nur sagen, was ich heute von ihm will.« Die Büffel wandten sich nun zur Rechten und brachen wie ein Gewitter in das hohe Dickicht ein. Die anderen Hütejungen, die in der Nähe bei den Rinderherden lagen, stürzten nach dem Dorfe zurück und berichteten, der böse Geist sei in die Büffel gefahren und habe sie in alle Windrichtungen verstreut. Mowglis Plan war einfach genug. Er wollte in großem Bogen das obere Ende der Schlucht gewinnen und dann mit den Bullen gegen Schirkan herunterstürmen, während die Kühe den unteren Ausgang versperrten. Denn er wusste, dass der Tiger mit vollem Bauch weder kämpfen, noch die steilen Wände der Felsschlucht hinaufklettern konnte. Mowgli beschwichtigte nun mit Zurufen die dahinstürmenden Büffel, während Akela zurückgefallen war und nur mit leisem Lautgeben die Nachzügler antrieb. Sie schlugen einen weit ausholenden Kreis, um nicht zu nah an die Schlucht heranzukommen und Schirkan bloß kein Warnzeichen zu geben. Zuletzt sammelte Mowgli die wilderregte Herde am oberen Eingang zur Schlucht auf einem grasigen Hang, von dem es steil hinunter zur Schlucht ging. Von hier konnte man über die Baumkronen weit in die Ebene sehen. Mowglis Blicke glitten an den Felsen entlang und mit Freude sah er, dass die Wände senkrecht anstiegen, ohne mit ihren grünen und bunten Schlinggewächsen irgendeinen Halt zum Aufklettern zu bieten. Lass sie jetzt verschnaufen, Akela, rief Mowgli dem Wolfe zu. Sie haben seine Witterung noch nicht in der Nase. Lass sie zu sich kommen. Ich muss Schirkan meinen Besuch anmelden. Heiho, wir haben ihn in der Falle. Und dann legte er die Hände an den Mund und gällte hinab in die Schlucht. Das Echo sprang von Fels zu Fels, hohl und laut wie in einem Tunnel. Nach langer Zeit tönte aus der Tiefe das schläfrige Murren eines vollgefressenen Tigers, der sich nur ungerne in seiner Ruhe stören lässt. Wer ruft? murrte Schirkan gereizt und ein prächtiger Pfau flog mit erschrockenem Geschrei aus dem Gebüsch. Mowgli hat gerufen. Heiho, du Herdendieb, ich hole dich zum Ratsfelsen der Wölfe. Heiho, hinunter jetzt, Akela, treib sie hinunter. Vorwärts, Rama, vorwärts. Die Herde schreckte einen Augenblick am Rande der Schlucht zurück, aber Akela ließ seinen Jagdruf aus voller Kehle ertönen und hinab ging's mit weitem Sprunge. Sand und Steine spritzten auf. Nachdem die rasende Jagd in die Tiefe einmal begonnen, gab es kein Halten mehr. Die hinteren Büffel drängten nach vorn und vorwärts stürmte es vorwärts wie ein reißender Bergstrom, der seine Dämme durchbrochen hat. Plötzlich witterte Rama Shirkan und brüllte wütend auf. »Haha«, lachte Mowgli auf Ramas Rücken. »Nun weißt du, was es gibt. Horido!« Und weiter brauste die Herde mit dem Gewirr schwarzer Hörner, wutgeröteter Augen und schaumbedeckter Nüstern gleich einer Sturzflut die Schlucht hinab. Shirkan hörte den Donner der anstürmenden Hufe. Er wusste wohl, dass kein Tier des weiten Dschungels dem Angriff einer wütenden Büffelherde etwas entgegenzusetzen hat. Er raffte sich auf und eilte, so schnell es ihm sein voller Bauch erlaubte, die Schlucht hinab. Ängstlich spähte er rechts und links, um einen Ausweg zu finden, aber die Wände der Schlucht stiegen beinahe senkrecht auf und starrten ihm mitleidslos entgegen. Da hielt er an, denn sein Mahl lag ihm schwer im Wanste, ihm war nicht zum Kämpfen zumute. Näher und näher brauste der Donner. Jetzt stürmte die Herde mit lautem Aufklatschen durch die Wasserpfütze, die Shirkan eben verlassen hatte, mit einem Gebrüll, dass die Felsen bebten. Und nun kam die Antwort unten von den Kühen und blökenden Kälbern. Da ahnte Shirkan sein Geschick. Er wusste, dass es auch im schlimmsten Falle besser sei, den Kampf mit den Büffeln zu wagen, als mit den Kühen, wenn sie Kälber haben. Mit blutunterlaufenden Augen warf er noch einen Blick zu den steilen Wänden auf, dann drehte er sich, um sich den Büffeln zu stellen. Krachend brach die Herde wie ein Gewitter über ihn herein. Dunkel wurde es, stampfen, stoßen und brüllen. Rama strauchelte, kam wieder hoch, trat auf etwas Weiches, Schwindendes und stürmte weiter. Dann stießen die beiden Herden am Ausgang der Schlucht zusammen. Welch ein Anprall! Die vordersten Reihen türmten sich auf wie eine Woge an der Klippe. Büffel und Kühe ritten aufeinander zu dreien und vieren. Die Erde stöhnte und hinabwogte die Herde in die Ebene, während der Fels unter ihrem Stampfen in Staub zerbröckelte. Mowgli nahm den rechten Augenblick wahr. Er sprang von Ramas Rücken und schlug mit dem Bambusstab nach rechts und links, um die Herde zu ordnen. Schnell! Akela! Treibe sie auseinander! Schnell! Oder sie spießen sich gegenseitig! Fort mit ihnen, Akela! Hai! Rama! Hai! 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 Meine Kinder, Ruhe! Ruhe! Es ist alles vorbei! Akela und Graubruder trabten auf und ab und schnappten nach den Beinen der Büffel. Noch einmal machte die Herde Mine zurückzukehren und die Schlucht hinaufzustürmen. Mowgli vermochte jedoch, seinen Rama nach einer anderen Richtung abzulenken und endlich folgte die Herde brüllend dem Leittier. Schirkan brauchte sich nicht mehr zu sorgen. Er war tot. Und schon stießen die Meier zu Tal. »Vala! Sein Fell wird sich auf dem Ratsfelsen prächtig ausnehmen! Und jetzt schnell ans Werk!« Plötzlich fühlte Mowgli den Druck einer Hand auf der Schulter und aufblickend sah er Buldeo mit seiner alten Donnerbüchse. Die Kinder hatten im Dorfe die Nachricht von der wilden Flucht der Herde verbreitet und Buldeo hatte sich unverzüglich aufgemacht, um Mowgli zu strafen, weil er nicht auf die Herde achtgegeben hatte. Bei seinem Nahen hatten sich die Wölfe schnell in Deckung verzogen. »Was soll der Unsinn? Bildest du dir etwa ein, du könntest einen Tiger häuten? Wo haben ihn denn die Büffel getötet? Sieh da! Genau der Tiger ist's, auf den die Regierung einen Preis von hundert Rupien ausgesetzt hat. Nun, wir werden diesmal ein Auge zudrücken. Ich will dir sogar verzeihen, dass du die Herde hast fortrennen lassen. Vielleicht gebe ich dir eine Rupie von der Belohnung, wenn ich das Fell nach Canivara gebracht habe.« »Hm«, meinte Mowgli, »du willst also die Haut des lahmen Langrin nach Canivara bringen und mir vielleicht gnädigst eine Rupie abgeben? Das ist freundlich von dir, mein lieber guter Buldeo, aber siehst du, ich habe mir nun einmal vorgenommen, das Fell zu meinen eigenen Zwecken zu verwenden. Akela, vorwärts! Diese Nachteule belästigt mich mit ihrem Gekreisch!« Buldeo, der eben noch über den Tiger gebeugt stand, fand sich plötzlich zu seinem Entsetzen auf dem steinigen Boden liegen und über ihm stand ein großer, grauer Wolf. Ein Wolf, der den Befehlen eines Knaben gehorchte, war kein gewöhnlicher Wolf, dachte Buldeo. Für ihn war da Zauberei im Spiel, Hexerei schlimmster Art und Buldeo hoffte kaum mehr, dass ihn sein Amulett am Halse dagegen schützen werde. Still lag er, ganz regungslos und erwartete jeden Augenblick, dass sich Mogli in einen Tiger verwandeln werde. »March! Großer König!« hauchte er mit heiserer Stimme. »Ja?« sagte Mogli, ohne den Kopf zu drehen. »Ich bin ein alter Mann. Wie konnte ich ahnen, dass du die Gestalt eines Hirtenknaben angenommen hast und etwas ganz anderes bist? Willst du mir nicht erlauben, aufzustehen und fortzugehen, großer Fürst, oder wirst du deinen Sklaven befehlen, mich in Stücke zu reißen?« »Gehe in Frieden.« »Ein anderes Mal aber hüte dich, meine Fährte zu kreuzen. Lass ihn frei, Akela.« Buldeo sprang auf, holte tief Atem und humpelte dann fort, so schnell er konnte. Er blickte verstohlen zurück, um zu sehen, ob Mogli nicht irgendeine furchtbare Gestalt angenommen habe. Als er endlich schweißtriefend beim Dorfe anlangte, erzählte er zitternd und keuchend eine gräuliche Geschichte von Zauberei und Teufelskunst. Unterdessen fuhr Mogli emsig mit seiner Arbeit fort. Und als endlich das Tigerfell vor ihm ausgestreckt lag, war die Dämmerung über das Tal hereingebrochen. »Wir müssen die Haut verstecken. Es ist Zeit, die Büffel heimzutreiben. Hilf mir, Akela!« Die unruhig harrende Herde sammelte sich schnell im nebelgrauen Dämmerlichte. Als sie in die Nähe des Dorfes kamen, sah Mogli Fackeln leuchten, hörte die Glocken des Tempels läuten und das Getute der Muschelhörner. Das halbe Dorf schien am Eingang versammelt. »Sie warten auf mich, weil ich Schirkan getötet habe,« dachte Mogli. Da sauste ein Hagel von Steinen auf ihn ein. Es pfiff und schwirrte ihm um die Ohren und die Menge schrie, »Zauberer! Wolfsbrut! Fort! Dschungelteufel! Fort von hier!« »Was hat das alles zu bedeuten?«, fragte Mogli ganz verwirrt, als der Steinregen immer dichter auf ihn niedersauste. »Deine Menschen, Brüder, sind auch nicht viel anders als das Wolfspack,« meinte Akela und setzte sich gelassen nieder. »Es ist in meinem Kopf, dass sie dich ausstoßen, wenn diese Geschosse etwas zu bedeuten haben.« »Ausgestoßen? Wiederum ausgestoßen? Das eine Mal, weil ich ein Mensch war und diesmal, weil ich ein Wolf bin. Komm, Akela, lass uns gehen.« Traurig wandte er dem Dorf den Rücken zu. Da stürzte eine Frau aus der Menge und drängte sich durch die Herde. »Oh, mein Sohn! Mein Sohn!«, rief sie. »Sie sagen, du wärest ein Zauberer, der sich in ein wildes Tier verwandeln kann. Ich glaube es nicht, aber du, du musst fortgehen, sonst werden sie dich töten. Buldeo sagt, du seist ein böser Geist, aber ich weiß es besser.« Mowgli lachte. Es war ein kurzes, böses Lachen, denn ein Stein hatte ihn am Mund getroffen. »Geh zurück, Messua. Das ist eine von den Mondscheingeschichten, die sie sich des Abends unter dem großen Baume erzählen. Lebe wohl, lauf schnell, denn die Steine fliegen immer dichter und ich werde ihnen die Büffel nachhetzen. Ich bin kein Zauberer. Ich bleibe dein Sohn. Lebe wohl!« »Noch einmal, Akela!«, schrie er. »Heim mit der Herde! Hei! Hei!« Die Büffel scharrten vor Ungeduld, in ihre Stelle zu kommen. Kaum ertönte Akelas heiseres Geheul, als sie wie ein Sturmwind durch das Tor ins Dorf brausten, während die erschrockene Menge schreiend auseinanderstob. »Zählt sie nur genau!«, rief Mowgli höhnisch. »Zählt, ob sie auch alle da sind. Vielleicht habe ich einen von ihnen verschlungen oder in eine Schlange verwandelt. Ich trenne mich von euch, ihr Menschenkinder, und dankt Messua, dass ich nicht mit meinen Wölfen herbeikomme und euch durch die Straßen hetze.« Er wandte sich und schritt mit Akela davon. Als er zu den glänzenden Sternen aufsah, fühlte er sich frei und glücklich. »Nun brauche ich nicht mehr in ihren Fallen zu schlafen, Akela. Komm, wir wollen Schirkans Fell holen und uns fortmachen. Nein, wir wollen ihnen kein Leid antun, denn Messua war gut zu mir.« Als der Mond über den Hügeln aufstieg und die Ebene mit milchigem Licht übergoss, sahen die Dorfbewohner mit Entsetzen, wie Mowgli mit zwei Wölfen an seiner Seite und mit einem Bündel auf dem Kopfe in langem Wolfstrab dahin zog, mit gleichmäßigem Trott. Da schlugen sie mit aller Macht gegen die Tempelglocken und bliesen ihre Muschelhörner lauter denn je. Messua weinte, und Boldeo schilderte seine Erlebnisse in so glühenden Farben, dass er es selbst glaubte, als er zum Schluss beschrieb, wie Akela sich auf seinen Hinterbeinen aufrichtete und in der Sprache der Menschen zu ihm redete. Schon ging der Mond unter, als Mowgli mit den beiden Wölfen zum Ratsfelsen gezogen kam, vorbei an der alten Höhle von Mutter Wolf. »Sie haben mich aus dem Menschenrudel verstoßen, Mutter«, rief Mowgli, »aber ich komme mit Schirkans Fell, um mein Wort einzulösen.« Mutter Wolf schob sich steifbeinig mit ihren Jungen aus der Höhle, und beim Anblick des blutigen Fells glühten ihre Augen auf. »Ich hab's gewusst. Als er hier mit eingezwängtem Kopfe in unsere Höhle hineinbrüllte, da hab ich's ihm prophezeit. Der große Jäger ist meinem kleinen Frosche zur Beute gefallen. Das hast du brav gemacht, mein Sohn.« »Wohl getan, kleiner Bruder«, schnurrte eine tiefe Stimme im Dickicht. »Verlassen fühlten wir uns im Dschungel ohne dich.« Und Bagheera trat eilig durch die Büsche an Mowglis Seite. Zusammen erstiegen sie den Ratsfelsen, und Mowgli breitete das Fell Schirkans auf dem flachen Stein aus, auf dem Bagheera zu liegen pflegte, und befestigte es mit vier Bambusstäben, und Bagheera legte sich darauf und ließ ganz wie früher, als er noch Leiter des Rudels war, seinen lang gezogenen Ruf erschallen. »Euget, ihr Wölfe! Euget scharf!« Aber die Versammlung war nicht dieselbe wie ehedem. Seit Akelas Sturz hatten die Wölfe ohne Führer gelebt, sie jagten und kämpften ganz nach eigenem Gutdünken. Jetzt aber antworteten sie auf den Ruf nach alter Gewohnheit, doch ihre Stimmen klangen matt und heiser. Viele waren in Fallen geraten, andere hatten, wie der Schakal, verdorbenes Fleisch gefressen. Viele aber fehlten. Es war eine traurige, lahme Versammlung, und dennoch schlichen alle, die noch da waren, zum Ratsfelsen herbei und betrachteten Schirkans Fell. »Schaut her, ihr Wölfe!« rief Mowgli. »Habe ich mein Wort gehalten?« »Ja, ja«, jaulten die Wölfe, und einer, dem der Pelz arg zerzaust war, heulte mit klagender Stimme. »Sei wieder unser Führer, Akela! Und du, Menschenjunges, führe auch du uns wieder, denn wir sind es satt, ohne Gesetz zu leben, und vielleicht können wir wieder das freie Volk werden, das wir einst waren.« »Nie und nimmer«, brummte Bagheera, »wenn ihr euch voll gefressen habt, wird die Dummheit wieder über euch kommen. Nicht umsonst nannte man euch das freie Volk. Ihr habt nun die Freiheit, nach der ihr gestrebt. Schlingt jetzt die Freiheit, ihr Wölfe!« »Menschen und Wölfe haben mich verstoßen! Allein will ich jetzt im Dschungel jagen!«, rief Mowgli, aber seine Stimme klang traurig. »Wir, wir jagen mit dir!«, riefen die vier Wolfsjungen. Fort zog Mowgli nun am gleichen Tage und jagte allein im Dschungel mit den vier Jungen von Mutter Wolf. Aber er blieb nicht immer einsam, denn nach Jahren kehrte er wieder heim zu den Menschen und nahm sich eine Frau. Doch dies ist eine andere Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 skütünvo團 «MobilzibfoodfPop- Bacon ut関 particulier- Untertitelung des ZDF, 2020